Herzlich willkommen bei MiniParadise zu einem neuen Video hier auf dem YouTube-Kanal. Ich bin Dennis und ich bin Robert. Wir wünschen euch viel Spaß bei diesem 1250-Punkte-AS Bellica-Battery-Port. Ja, heute, wie vom Robert vorgestellt, AS Bellica 1250 Punkte. Wie ihr seht, Ultramarins gegen den guten alten Atmec. Genau. Ich heute zum ersten Mal gegen Robert mit der Armee. Ich bin also auch auf dem Powertrain aufgesprungen. Habe sie aber früher schon mal gespielt. Jetzt mal gucken, was heute so geht. Um wieder die Kurve zu kriegen, ne? Ja, jetzt am Operator. Ich bin einfach Marine Leap-Haber. Mission habe ich mir ausgewählt nach AS Bellica die 1. Das ist also, dass ich meine Aufstandszone frei halten möchte in meinem Zug. Die 9. Das wäre, dass ich Einheiten im Fernkampf vernichten will. Das sollte mit Marines in der Akkultimeter relativ gut gehen. Und die 15 rein unterschiedliche Emissionsziele halten. Ja, bei mir ist es die 4. Das heißt, ich müsste das Center frei halten. Das heißt, Mittelpunkt des Schlachtfeldes, 9 Zoll Umkreis. Gucken wir mal. Dann habe ich die 9, das heißt auch im Fernkampf Einheiten vernichten. Da muss ich mal gucken, wie das klappt, weil 5 Punkte wird es da wahrscheinlich nicht geben, weil ich da 10 Einheiten vernichten müsste. 10 wird hart. Und was hatte ich noch? Die 14, glaube ich. 15. 15. 14 haben wir gebannt beide. Und 15 auch 3 Missionsziele halten. Ja, kurz zu sagen, 14 haben wir beide gebannt, weil es einfach so eine automatische Entscheidung ist. Ich halte einfach nur ein Missionsziel fest. Gerade mit Ballerarmeen und so. Das ist so leicht für den Gegner. Ja, ist wie es ist. Wir müssen es so probieren. Zwei Ballerarmeen gegeneinander. Schauen wir mal, was das wird heute. Du hast die Ultramurins ja jetzt auch schon mal gespielt mit dem neuen Kodex. Ja, gegen Vega durfte ich sie testen am Samstag, das war hart rasiert, war aber auch dem Alphaschlag geschuldet. Also jeder, der schon mal gegen Mullins gespielt hat, weiß, die können schon den Anfang ziemlich hart gestalten. Ja, da gibt es ja auch so ein ein oder andere nettes Strategy, was man so am Anfang zünden kann, was echt geil ist. Aber da kommen wir nachher einfach nochmal zu. Wir können da ja mal ein bisschen durchgehen nachher, wenn wir das Spiel gespielt haben und so. Und da halten wir uns sowieso noch ein bisschen. Deswegen, wir wollten es jetzt kurz halten. Gut, fangen wir an. Ja, zeigen wir euch die Armeen und dann geht es los. Viel Spaß. So, kommen wir zu den Ultramarines. Wir fangen an mit dem HQ-Slot. Da haben wir einen Captain, der zum Chapter Master aufgerüstet wird, mit E-Schwert, wie hier zu sehen. Einen normalen Space Marine Sergeant, also kein primares Modell. Dann haben wir zweimal fünf Intercessors, einmal mit den Sniper-Gewehren, also mit den DS-2, und einmal mit den ganz normalen Rapid Fire 30 Zoll. Im Elite-Slot finden wir die Aggressoren, die einfach bei den Ultramarines zu gut sind, dank der taktischen Doktrinen und deren Sonderregeln. Wir haben die Jumpy Dudes. Hier wird leider geproxt, denn die haben nicht die Assault-Beuter, sondern die haben die Plasma-Werfer, die sollen im Endeffekt gegen Fahrzeuge wirken können. Dann den, Robert, helfen wir mal vom Namen. Relic Levi St. Rednut heißt er, ne? Genau. Mit ganz viel Scherke 7 DS-2 Dagger. Die Suppressors, die ich persönlich ziemlich cool finde, weil ich mir einfach vorstelle, wenn so ein Marine mit Sprungmodul kommt und einer 8.8er, das rumst. Und dann nochmal eins und einen zweiten Scout-Trop und zu guter Letzt, weil es einfach viel zu gut sind, die neuen Sniper, die Eliminators. Das sind meine 1247 Punkte. Wir fangen an, also das ist ein Daedalus, den muss ich leider boxen, nur dass ihr gleich bescheid wisst. Mars erstmal, dann haben wir noch einen Pack-Priest Dominus, eine Ballistari mit Twin-Less-Canon, einen Dune-Crawler mit Icarus, zwei Dagger-Bots, den Scorpius-Desintegrator mit der Energie-Kanone, natürlich, was sonst. Im Standard haben wir einmal einen 3er-Trupp Destroyer mit Plasma und Flamer. Dann haben wir zwei identische Trupps Ranger mit jeweils zwei Archibusen. Dann haben wir einen ganz großen Trupp hier, glaube ich, mit sieben Rangern und einem normalen und zwei 7er-Trupps Vengards. Und dann haben wir einen Trupp mit insgesamt acht Infiltratern, die haben alle diese Flachette-Plaster und diesen Taser-Gurt. Wallertrade ist, habe ich jetzt noch gar nicht geguckt, was ich dann nehmen werde, aber ich glaube, da nehme ich die größere Aura. Und als Relikt würde ich nehmen, dass ich den Repair-Roll wiederholen kann. Das gebe ich auch meinem Dominus. Ja, Tech-Priest, beziehungsweise Fortschreit, wie gesagt, Mars. Und ja, das war's. So, liebe Freunde, willkommen auf dem Schlagfeld des heutigen Tages. Aufstellungszone war die 5, das heißt also hier die langen Kanten mit der Spitze nach vorne. Dennis hat eine 4 gewürfelt fürs Anfangen. Ich habe eine 2 gewürfelt mit den ADMEC. Das heißt, ich musste zuerst aufstellen, darf aber anfangen, wenn er mir die Initiative nicht klauen sollte. Und die Aufstellung sieht wie folgt aus. Wir haben hier einen Intercessor-Trupp, dann haben wir hier die Aggression mit einem Lieutenant und dem Captain. Hier haben wir die Suppressor-Typen, 5 Scouts, den Levi, die Eliminator und hier haben wir dann nochmal ein paar Intercessors. Und in Reserve sind ein paar Inceptors. Na, seht ihr sie? Na, auf jeden Fall die Jumpy Loots. Auf der anderen Seite sieht es so aus, dass ich hier hinten einen Ranger-Trupp habe mit den beiden Akebusen. Da unten ist ein Vengard-Trupp, der Scorpius, dann hier der zweite Ranger-Trupp mit den beiden Akebusen, vorne auch wieder Vengards. Der Daedalus, die Destroyer, hier hinten sind die Dacabots mit dem Dominos da schräg hinter. Die Ballistari, der Doomcrawler und dann nochmal der große Ranger-Trupp, weil da ist nämlich auch ein Missionsziel. Und wir haben übrigens hier vergessen, dass da noch ein paar Scouts sind. Entsprechend, Dennis hatte vorhin noch gesagt, was er bei der Missions- oder Armeevorstellung nicht gesagt hat, dass er nicht die Ultramarines als Chapter spielt, sondern? Sondern Nachfolge-Orden mit dem Klassiker plus 3 Zoll Reichweite und dem Trade der Salamanders, sprich mit jedem einzelnen Trupp pro Phase einen Treffer und einen Verwundungshof wiederholen, was einfach zu gut ist. Ja, dann als Relikt hattest du noch dem Captain, äh dem Lieutenant was gegeben. Genau, der Lieutenant hat das Relic of Oath oder wie es heißt, das ist alte Old Grudges von den imperialen Armeespielern, werden sich erinnern. Das lässt mich alle Treffer und Verwundungswürfe auf ein Ziel wiederholen, wenn die in sechster Umkreis sind und ich habe die Roboter angesagt. Das heißt, alles in sechster Umkreis um meinen Sergeant, äh, um meinen Lieutenant und den kleinen Mann hier, dürfen die Würfe wiederholen bediebig, wie sie Lust haben. Ja. Und ich versuche dir auch noch die hinzuklauen. Aber nimm mal einen richtigen Würfel, nicht den Cheaterwürfel. Das ist unser Rundenzeewürfel. Fast. Fast. Hast du kurz gezockt, ne? Komm her. Ja, Runde, Runde eins. Runde eins. So, jetzt nochmal vor der Kamera, Dennis, schönes Spiel. Ja. Und dann geht's los. Bewegungsphase Atmec. Die Bewegungsphase ist vorbei. Der Ranger-Trupp, äh, da sind hier zwei nach unten gegangen. Der eine ist von hier drüben bisschen nach rechts. Der Vanguard-Trupp ist mit einer fünf Advanced nach vorne. Der Scorpius ist ein Stückchen hier rüber, dass er da Sicht auf die Suppressors hat. Die Vanguard sind auch Advanced hier vorne. Die Destroyer sind auch ein Stück nach vorne. Die sind soweit stehen geblieben. Also die sind auf jeden Fall stehen geblieben. Aber die beiden haben sich so ein bisschen verschoben. Die, Entschuldigung, Robots sind ein Stückchen hier rüber. Dominos ist auch hier rüber mit seiner Bubble. Ähm, er hier und er hier stehen jetzt hier, weil sie da hinten den Levi jetzt sehen können. Daedalus ist nach vorne, dass er den Levi innerhalb von 24 Zoll sichtbar hat. Äh, Ranger sind ein Stückchen hier rüber. Die vier können jetzt den einen Scout da hinten sehen. Seht ihr? Da? Genau. Und ja, ähm, Psym habe ich Schleier-Psym. Die vier, das heißt Deckung und die sechsten Einsen beim Trefferwurf wiederholen. Ja, kommen wir in die Schussphase. Habe ich erstmal gespuckt. Herr Scorpius schießt seine Energiekanone in die Scouts und alles andere geht da drüben in die Suppressors. So, die Energiekanone sind 3W3 Schuss. Das ist nicht so gut. Auf die Dreien, er ignoriert nämlich Fahnen und Bedingungsbombs hier. Einsen dürfen wir wiederholen, zwei natürlich leider nicht. Dann haben wir Stärke 6 und wieder auf die Dreien. Oh, das ist eine gnadenlose Verbindung mit Minus 1 auf die 4 bitte Dennis. Das hält er natürlich. So, es geht schon gut los hier. So, Cockness Heavy Stubber. Da haben wir eine Menge, weil wir haben nämlich drei Stück davon. Auf die Suppressors, auf die 3. Einsen. Einsen wiederholen. Das sieht doch schon besser aus. Das sieht schon besser aus. Guck dir das mal an. Stärke 4. Auf die 4. Genau. Dash sind 5 Stück. Bitte. Ne, 6 Stück. Sorry. Wuchst du. Hier ist mir. Nichts. Also auf die 3. Eine Hunde. Jawoll. Sehr gut. Hat einer noch einen, ne? Ja. D6 Missile Launcher. Das war jetzt mal was Gutes. Oh ja, das ist was Gutes. Ne, das ist nicht gut. So, auf die 3. Einsen wiederholen. Zweien, Zweien, Zweien. Ja. Ich sollte das öfter sagen, Robert. Das ist echt mein Würfelglück momentan, ne? Und auf die 3 mit Stärke 7. Ach, schon wieder eine raus. Zwei Stück mit Minus 2, bitte. Auf die 5. Ne. Das ist einer Autotot und einer B3. Achso. Ja, einer, der hat ja nur zwei Leben. Und der andere, B3. Drei. Jetzt noch einer tot. Sehr gut. Guckst du. Okay. Dann werden die beiden Arke Busen auch noch da drauf schießen. Und weil ich den Trupp weg haben will, werde ich jetzt, werde ich jetzt zünden oder nicht? Ich überlege nochmal kurz. Wir wagen es ohne Strategy, obwohl ich jetzt schon glaube, dass das ein Fehler ist. Achso, die schießen natürlich auf den letzten Suppressor da hinten. Auf die 3. Eins wiederholen. Scheiße. Was? Super. Zwei neue Würfel. Stärke 7. Auf die 3 wieder. Nehme ich jetzt mal einen Re-Roll. Das ist noch eine lange Schussphase. Ist egal. Aber sonst kommt nichts mehr Wichtiges. Ich nehme den jetzt. Ist mir scheißegal. Jawoll. Zweimal mit Minus 2. Wie viel Schaden machen die? Zweimal wie 3. Ja gut. Neh, dann. Vier. Dann ist es raus. Eigentlich schade, weil ich den Trupp auch gerne mal in Aktion gesehen hätte. Gegen Begerdufte am Samstag auch nicht ran. Okay. Hier haben wir erstmal ein Strategy. Weniger. Goodie. Nächste Einheit. Die beiden. Wir fangen mit dem Hühnchen an. Schießen jetzt alles auf den Levi. Aber vorher, sagt der Delalos, ihr, alle die jetzt auf diesen Leviathan schießen, kriegen jetzt plus 1 to hit. Er hat sich ja bewegt. Trifft jetzt, oder würde jetzt eins schlechter treffen. Eigentlich auf die 4. Jetzt trifft er zum Glück wieder auf die 3. Ich sag, habe ich gerade schon auf Kamera gesagt. Für 1 CP an ewige Pflicht. Das heißt, das Adeptus Astatus Dreadnoughts. Und das wäre eher jeglichen Schaden halbieren. Okay. Du hast 7 CP noch. Ich habe 6 CP. Jetzt habe ich 5. Du hattest 8. Minus 2. Das war's. Also bist du bei 6 und jetzt 5. Okay. Gut. Dann erstmal die Laserkanonen. Auf die 3. Okay. Stärke 9 auf die 3. Jawoll. Fangen wir bitte mit minus 3. Vierer Retter. Vierer Retter. Vierer Retter. Steht natürlich. Oh oh oh. Dennis. Das war fast klar. Die laufen aber heute hier. So. Dann fangen wir an mit dem Cogniz Heavy Stubber. auf die 3. Auf die 3. Auf die 2 trifft der. Weil der ignoriert ja jetzt. Stärke 4 auf die 6. Nichts. Guti. Dann haben wir den Gatling Rocket Launcher. Die 2. Einen wiederholen durch den Pseil. So. Alles. Und der hat aber auch nur Stärke 7. Ne Quatsch. Halt. Was mach ich jetzt. Stärke 6. Entschuldigung. Auf die 5. 2. Das ist einer. G ist minus. 2. Das heißt auf den Retter. Geht durch. Einen Schaden. Einen Schaden. Dann die Icarus Autokennen. 2. Jawoll. Stärke 7. Fünfen. 2 Stück. Minus. 1. Halten beide. Alter Dennis. Dann den Missal Launcher. Trifft. Verwundet. Nicht mit Stärke 7. Das läuft ja hier. Okay. Das wars. Die da. Schießen jetzt auf die Scouts dahinten. In Rapid Fire. Auf die 3. Einen sind dürfen wir wiederholen. Die sind motiviert. Die haben Bock. Die haben Bock. Stärke 4. 4. Der sieht nicht mehr so noch viel Bock aus. Das sieht echt richtig schlecht aus. Das sind 3 Stück. Auf die 3. Auf die 3. Einer tot. Das ist gut. Egal. Wir fangen ja erst an. Okay Dennis. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aber ansonsten ist ja auch alles ein bisschen advanced. Und keine Ahnung. Was sagst du dazu? Der CP hat sich nicht gelohnt für eins. Das war Verschwindung. Ja. Ja geil. Wir gucken nochmal hier in den Space Marine rein, was da so los war. Der Lieutenant ist gleich umgefahren bei so viel Stress. Der stirbt zuerst. Meinst du? Nein. Quatsch. Ich habe den ja bemalt. Das entkräftet jetzt. Ich bin jetzt einfach ruhig. Alles was man jetzt sagt ist scheiße. Ja Leute. Dann gucken wir mal in die Punkte. Beziehungsweise zeigen euch das. Und dann kommen wir in den ersten Zug der Ultramarines gleich. Wie heißt dieses Chapter überhaupt? Kannst du mal einen Namen geben? Robert's Rage. Robert's Rage. Mit Verweis auf Robote. Ja das stimmt. Okay. Also. Ich habe drei Missionsziele die ich jetzt halte. Ansonsten habe ich bei der 4, der 9, der 15 nichts großartig. Ich habe zum Verständnis, ich mache meine Striche zum merken jetzt oben hin. Dennis seine sind dann immer unten. Bei der 9 habe ich eine Einheit vernichtet. Und bei der 15 halte ich jetzt einmal drei Missionsziele. Entsprechend. Ja. Gucken wir mal. 3 zu 0 aktuell. Und jetzt kommt Dennis Bewegungsphase. Und dann sehen wir uns gleich mal an was er da gemacht hat. Die Bewegungsphase ist vorbei beim Dennis. Dennis erzähl mal. Ja. Ja. Ich bin mit den Jungs hochgerückt. Auch wenn sie jetzt 6 Zoll, äh nicht 6 Zoll, sondern Abzug auf schwere Waffen bekommen. Aber ich wollte sie tun müssen besitzen. Die Aggressoren haben sich von hier die 5 Zoll rüber bewegt und kommen damit in Reichweite. Die haben normalerweise 18 Zoll. Das heißt nichts würde reingehen. Oder nur zwei Modelle. Aber ich habe plus 3 Zoll ja gewählt bei meiner Dings. Bei meiner, ähm. Bei Robots Range. Das heißt. Für alle die es jetzt noch nicht wissen, das ist das Chapter. Das nennt sich jetzt so. Genau. Ähm. Lieutenant in Reichweite zu ihm, damit er alle Treffer und Verwohnungswürfe auf die Robots hat. Ähm. Der Chapter Master hat sich erstmal in die Mitte gestellt. Wird gleich noch eine Befechtsoption ziehen. Das machen wir gleich. Ähm. Die Eliminators sind da geblieben wo sie sind. Und die Jungs haben sich auch nochmal hier hoch bewegt. Damit sie zumindest schießen können. Ein paar schießen können. Und die Scouts da vorne haben sich Richtung, äh. Richtung deiner Skitarii bewegt. Nackams. Rache. Rage. Auch die kriegen bloß eine Attacke im Nackam. Ja. Ja gut. Schauen wir mal. Das ist hier auf jeden Fall die Gefechtsoption, dass der Chapter Master seine Aura um 3 Zoll erhöht wird. Und dann fangen wir an mit dem Schießen. Der Leviathan möchte gern auf die Robots schießen. Die kriegen plus 1, also zählen in Deckung. Ich hab DS 2. Aber das wird ausgeglichen durch meine Devaster-Doktrin. Das heißt DS-3. Er dürfte, würde auf die 2 treffen, dürfte auf die 3 wegen schwere Waffen und bewegt. Er darf aber durch ihn, weil er ein 6 Zoll Reichweite ist, alle Treffer und Verbundungswürfe auf die Jungs wiederholen. Genau. Also es geht auf jeden Fall auf meinen Retter. Das war sogar ein ziemlich starker Hof. Na gut. Der Re-Roar nicht. So. Aber ich darf mich nicht beschweren. Das war sehr gut. Auf die 4. Das ist das Fortschmelkling. Jetzt sehen wir mal, was das Ding drauf hat. Da ist nur einer raus in deiner Mitte. Dann haben wir 8 Stück. Achso. Verbundungswürfe darfst du auch wiederholen. Wieso? Alles. Wegen ihm. Wegen? Darum habe ich dir angesagt. Deshalb spielen die Leute Ultras. Weil es ein Relikt gibt, wo ich eine Einheit ansage, 6 Zoll und Kreuz haben. Alles wiederholen. Alle Treffer und alle Verundungswürfe. Darfst du einfach wählen oder musst du sichtbar sein? Ich darf einfach zum Start eine Einheit wählen. Ach du Scheiße. Das ist halt so übel. Okay. Deshalb. Das sind 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 Stück. Willkommen bei den neuen Ultramarines. Juhu. So Leute. Wir sind immer noch am Lachen. Also Dennis freut sich bei mir sehr. So ein weidendes Lachen. Also dass die gehen ist jetzt klar. Denke ich. Auf die 4. Ne. Aber ich nehme den Retter. Du hast doch DS-2. 3. Aber du hast Dings. Ist doch scheißegal. Ich nehme den Retter. Die Mortal Wounds. Weil die gehen sowieso. Und dann versuche ich lieber die Mortal Wounds mitzunehmen. Dass der ein bisschen was kriegt. Also auf jeden Fall auf die 5. Einer ist weg. Aber ich sehe schon mal eine 6. Eine 6 gerade mal. So. 2, 4, 6. Einer tot. 2, 4, 6. Der zweite tot. 2 Mortals. Bitte. 2, Entschuldigung. 2 Mortals. Und dann gucken wir mal, ob die beiden der beiden explodieren. Der weiße ist der weiße. Die können auch nicht explodieren. Ja mit Sicherheit können die explodieren. Einer explodiert. Ne. Die explodieren nicht. Ich gucke mal. Als hätte ich es schon gewusst, habe ich den natürlich außerhalb von 3 Zoll hingestellt. Auf jeden Fall passiert da nichts. Die beiden Jungs sind einfach weg. Das sind 220 Punkte gewesen. Mit einem Modell. 220 Punkte weggeschossen. Ja, Fortschuld. Ja, Fortschuld. Und Marines. Geile Scheiße. Okay. Dann sammle ich mal die Würfel für die Aggressoren von die Nummer 1. Ja, ja, ja. Alles klar. Jetzt werden die D6 Schuss oben drauf mal ausgewürfelt. Ich ziehe aber vorher noch die taktische Doktrin, dass die sich in der taktischen Doktrin befinden. Wie viele Stratelgems hast du noch? Drei? Ich habe noch drei jetzt. Okay, dann hau mal. Und damit dürfen die doppelt schießen. Also durch die taktische, weil sie nicht bewegt sind. Was ist das? Das sind die Raketenschüsse. Jeder W6 zusätzlich. Aber jeder einmal W6. Genau, jeder. Ja. Und weil sie doppelt schießen dürfen? Zwei W6. Jedes Modell dazu. Ach du Allah. So, ich zähle es mal aus und dann kommen wir zurück. Ach du schießt gleich doppelt jetzt? Ja, ja, ich schieße gleich doppelt. Guti, dann wird jetzt fleißig gezählt. Okay, da kommt eine Menge. 20er Blocks. Also die Raketenschüsse mit alle Trefferwürfe wiederholen. Und die Rerolls. Da ist noch eine 2, da ist noch eine 2. Entschuldigung. Und das Ganze jetzt. Wenn man kein Hauptspieler ist, ist man das nicht gewöhnt mit den Würfeln. Auf die 5? Auf die 5. Das ist nicht so viel. Ne, das ist nicht so viel. 10 Stück auf die 3. Da gehen 2. Alles klar. Guti, hat er noch 10. Die ersten 3. Ich darf alles wiederholen? Ja, wir rerollen mal hier. Reroll. Die nehmen wir gleich. Guti, Dennis, hau rein. Das in die Hand nehmen, ey. Ja. Vielleicht wie der Markt sich fühlt. Auf die 5. Aber das ist schlimmer als der Markt mit seinen Orts. Oh, oh. 11 Mal auf die letzten 2. Der Trefferhof ist zumindest gut. Und das müssen alle sein. Rerolls. Ja gut, 3 raus, 3 raus. Ich spüre jetzt die Verwundung. Jetzt kommen sie, pass mal auf. Ne, ne, ne. Das ist nicht so gut. Halt auch für die Anzahl ist das okay. 8 Stück nochmal. 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 So. Oh, oh. Das sind nochmal 5. Ich bin gewunden. Da steht er noch. Und der Robert hat gesagt, er hält. Da steht er noch. Ja, er lebt noch. War's das schon? Von denen, ja. Die Jungs schießen auf die Ranger hier. Minus 1 für Hit wegen schwere Waffe und bewegt. Das kommt mir bekannt vor. Einmal. Keine Runde. Minus nichts. Ne, minus 1. Minus 3. Minus 3. Ja. Warte mal. Vierer, Dreier, Sechsen. Nö. Dann geht einer. Alter. Das geht doch. Bei Flo haben die Typen ja dann 3 Schaden auf Fahrzeuge. Läuft. Darüber hat Vega sich ja so ein bisschen aufgewickelt. Also. Filmst du noch? Ja klar. Gut. Dann würden die Jungs auf ihn feuern. Das ist das Einzige, was sie sehen. Dürfen sie sowieso. Genau. Das sind vier Jungs. Vier Schuss. Er dürfte nicht in Schnellfeuerreichsseite sein. Auch wenn ich 18 Zoll jetzt Schnellfeuer hab. Die da los ist, hab ich schön geopfert. Ich dachte, das plus 1 zu Hit. Aber das sind 50 Punkte. Also. Vier Schuss. Auf die drei. Ja. Nichts. Na gut. Dennis, gut. Was tut der nicht? Ich hebe mir die guten Würfe auf. Scouts können aber noch. Genau. Die Scouts schießen in die Jungs rein. Die da oben. Die haben Deckung alle. Doppeldeckung. Doppeldeckung. Nein. Geht nur einmal. Also. So. Das ist kumulativ. Acht Schuss. Guck mal wie. Ich würfel hier. Auf die dreien. Halt. Einer dazu. Nein. Die hab ich aus Versehen umgeworfen. Nein. Der eine drei war noch dabei. Bist du sicher? Eigentlich ziemlich. Mach einfach. Sind zwei Runden. Minus nichts. Minus nichts. Sicher? Die Scouts auch nicht? Die haben ganz normale Bolter noch. Gut. Dann hab ich einen Dreier. Stehen beide. So. Ja. Jetzt muss ich kurz überlegen. Jawohl. Die Eliminators schießen. Auf. Ne. Drei Schuss. Kriegen plus zwei aufs Treffen. Weil sie ja auch Charaktere schießen können, die sie nicht sehen können. Dann muss man natürlich noch plus zwei Töt kriegen. Das haben die im Profil standardmäßig, ne? Ne. Das ist die Waffe. Also. Ja. Aber ich meine jetzt. Dieser Schuss. Ja. Auf die zwei Treffen quasi jetzt. Und dann auf die Widerstand vier vermutlich. Der hat Widerstand vier. Also auf die dreien. Zwei Stück. Ja. Minus viel, ne? Minus drei. Ne. Minus zwei. Minus zwei. Dann haben wir einen Fünferretter. Einmal durch. Wie viel Schaden? Einen. Einen. Einen Schaden. Ist ja nicht viel. Dann auch noch vier. So. Und dann wäre es das auch in der Schussphase. Schussphase. Okay. Alles klar. Dann Chargen. Nicht Chargen mit den Jungs da rein. Okay. Ich glaube ich hab D3 Pistole. Einen Schuss. Einen Schuss. Einen Schuss. Einen Schuss. Oh Mann. Jetzt soll ich mir kurz gucken. Stärke 6, Mann. Jo. Minus eins bitte. Minus eins bitte. Zwei Schaden flatt. Nein. Da geht noch weiter. Aus. Oh. Das hab ich gedreht. Der hat jetzt auf einmal. Und ich würfel natürlich eine 3 beim Charge. Oh Mann. Meine Würfel sind ja legendär beim Chargen. Reicht das? Ne. Ich muss die 1 rerollen. Willst du das wirklich machen? Ne. Eigentlich lohnt sich das nicht. Weil das sind irgendwie. Du hast nur 3 CP denn. Da kommen 4, 6, 8. Ja das ist halt. Du hast auch nicht groß viel mehr. Ich hab noch 7. Hallo. Echt? So liegen da 10? Das sind meine Kenticles. Achso. Lass mich kurz überlegen. Aber ich kann mir dann wahlweise wenn das Spiel weiter vorangeschritten ist ja aussuchen was ich nehme. Dann nehme ich die Anzahl dann. Das war ein blöder Witz. Ähm. Ähm. Ja. Ja. Was hat der ein 4er Rüster hast du gesagt? Der hat ein 4er Rüster. Genau. Komm. Ich geb den 1 CP aus. War eine 2 und eine 3. Damit es reicht. Komm. 5 Zoll reicht. Rein da und gleich zuhacken. Boah. Dann wird es witzig. So dann bewege ich mich gleich nochmal 3 Zoll. Ah. Eingekeilt. Ja als wenn die das überleben. Okay. Hau zu. So. Das sind äh. Der Chef hat. Ach der ein Kettenschwert eigentlich? Weißt du das? Ne. Ich glaube nicht. Standardmäßig hat der eins. Wir gucken mal nach. Ich glaube aber der hat keinen Standard-Trupp. Der Chef hat kein Kettenschwert drin oder? Ich weiß es nicht. Es halt. Es könnte sein, dass der Kochsmodell eins mitnehmen kann. Ja. Ist ja die Frage ob er es hat. Ja gut. Wenn er jetzt ja nicht ausgerissen ist. Ist ja natürlich ein Unsinn das nicht zu machen. Das stimmt. Natürlich hat der Kettenschwert dabei. Ja. Diese soll denn ein Boltpistola haben ja dann schon Bolt an der Hand hat. Also. Ähm. Dann. Auf die Dreien. Vielleicht treffe ich jetzt mal besser. Ja. Und dann. Auf die Vieren. Auf die Vieren. Auf die Vieren. Das sind zwei Stück. Vierer. Bleibe mir treu. Einem Lebenspunkt. Okidoki. Dann darf ich gleich zurückhauen oder böse. Ne. Ist ja nichts mehr. Sonst ne. Dann haben wir zwei gnadenlose Attacken mit dem ähm. Na wie heißt es denn. mit der Servoclaw. Äh. Drift. Einmal. Und. Dann haben wir Stärke. Vier. Einmal bitte mit minus eins Dennis. Puh. Nein. Natürlich nicht. Will ich den rerollen? Alter. Ja. Das ist jetzt. Gut. Bauer. Sehr gut gemacht. Jo. War's das ne? Das war's. Punkte. So. Ich halte zwei Missionsziele und ansonsten habe ich hier noch keine Punkte vollständig erreicht. Doch. Du hast die eins einmal erreicht. Oh. Weil da musst du ja nur einmal. Äh. Das äh. Klingt doch gut. Gut. Ja. neun hast du natürlich aber auch hier eine Einheit vernichtet. 15 hast du allerdings nicht. Dann. Bewegungsphase. Atmex. Dennis sagt Änderung der Doktrin an. In die taktische. Muss zu Beginn der Schlachtrunde angesagt werden. Ja. Canticles habe ich das hier. Ist äh. Habe ich ausgewörfelt. Die sechs natürlich Einsen im Fernkampf wiederholen. Und die drei ist Einsen im Nahkampf wiederholen. Ansonsten. Hier hat sich so ein bisschen was verschoben. Ähm. Dass der hier rüber ist. Weil wir einfach ein bisschen screenen wollen. Nichts wildes. Die kommen sowieso. Er ist nach hinten gefahren. Die Jungs sind hier rüber. Am Ende der Bewegungsphase kamen die dann rein. Außerhalb von 12 Zoll von den Aggressoren. Aber innerhalb von denen. Die äh. Destroyers sind hier rüber. Vanguards ein Stück nach vorne. Zwei von denen oder drei können oben einen Scout sehen. Wer nicht. Daedalus ist aus dem Nahkampf hier unten rein. Doomcrawler ist hier rüber. Dass er die Marines da hinten sehen kann. Chicken ist da rüber. Dass er den da sehen kann. Und ähm. Die haben sich alle ein bisschen postiert. Dass die da rüber schießen können. Ja. Das war's. Und äh. Dann würde ich sagen. Fangen wir direkt an zu schießen. Er hier. Schießt alles. Auf die Aggressoren. Ich möchte mit ansagen. Ich sage. Der macht jetzt irgendwas geiles. Also irgendwas wird auf jeden Fall passieren. Dass ich Scheiße Würfel oder Robert. 3D3 Schuss. So. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Das ist in Ordnung. Aber wir treffen jetzt nur auf die Fünften. Ja. Pass mal auf. Dürfen allerdings Einsen wiederholen. Widerstand 5. Auf die Fünften. Auf die Fünften. Nichts. Und dann haben wir die 6 Misselluncher. Vier Schuss. Fünften. Einsen wiederholen. Okay. Mach wirklich nichts. Auf die Dreien. So. Soviel zu dem Thema. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Okay. Vengards. Schießen alles auf die Typen da. Auf die 3. Einsen wiederholen. Das Gefühl du magst meine Aggressors nicht. Vorrat. Ne. Mag ich auch nicht. Ein bisschen Angst. So. Jetzt mit Stärke 3. Auf die Fünften. So. Das heißt. Das wären schon mal 2 Schaden. Und. Also. 4 mal mit minus 0. Mit einem Schaden. Und einmal mit minus 0. 2 Schaden. Ich mache erstmal den. Ne. Ich mache die 4 mit einem Schaden. Ja. Auf die 3. Gehen 2 durch. Und dann der eine für 3 Schaden. Äh. Mehr Schaden. D ist 0. Ja. Also geht keiner. Aber. Einer hat noch einen Lebenspunkt. Genau. Das ist gut. Die Ake Busen. Schießen auch da drauf. Robert hat Busen gesagt. Ja. Einmal. Nix. Alter. Das ist so schlecht. Ich habe mit meinen Steinetrupps auch nicht so geil gewürfelt. Also auch so. Okay. Meh. Guti. Pistleros. Ne ne. Die können da ja nicht drauf schießen. Ne. Die können ja drauf schießen. Ja. Dann die 2 Ake Busen. Schießen erstmal. Da hinten auf die beiden. Auf die? Das kommt? Ne. Auf die äh. Da hinten die. Genau. Die 3. Die 3. Einmal minus 2. Also auf die 4. 4. W3. 2. Gut. Dann überlege ich mal weiter. D da los ist. Sagt erstmal da. Alle die da drauf schießen kriegen. Plus 1 to hit. Und dann werden die Plasma Typen hier. Overchargen. Und alles da rein schießen. Zwei Schaden vielleicht ne. Ja. Da sag ich doch mal wieder minus 1. Okay. Dann hat er jetzt nur noch 2 Stratagems. 3 W6 Plasma. Auf die 3. Einsen wiederholen. Äh. Hier war noch irgendwo ne 2. So. Jetzt haben wir Stärke 8. Auf die 4. Ach du Scheiße. Ist nicht gut. 5 Stück mit minus 3 bitte. Auf die 4. Gehen 2 durch. Kriegt er 2 Schaden. Mhm. Dann ähm. Das Hühnchen. Äh. Trifft noch einen. Hier nehm ich einen Reroll jetzt. Jawoll. Bin ich runter auf 6 CP. Und jetzt zweimal auf die 3 bitte. Ach du Scheiße. Und Reroll genutzt. Die 8 Dudes schießen erstmal in die Intercessors da hinten rein. Oder? Warte mal. Äh. Ich glaub der unterste. Ne. Wir machen das so. Doch. Da schießen nur 6 rein und 2 gehen hier vorne in den Trupp. Erstmal die 6. Einsen wiederholen. Stärke 4. Äh. Zweimal minus 0. Und dann 2 Stück hier unten in die Scouts. Die haben nämlich Rapid Fire. Jawoll. 3 Stück haben wir getroffen. Und äh. Zweimal bitte. Äh. Einmal bitte. Seh ich nicht. Ne. Ist weg. Gut. Alles klar. Dann kommen wir zu ihm hier. Okay. Doomcrawler. Schießt den Heavy Stubber hier rein und alles andere da rein. Heavy Stubber. Jawoll. Und auf die 4. Einmal bitte minus 0. Nein. Weg ist er. Gut. Wird ich einen Reroll dafür ausgeben? Dann haben wir einen Daedalus Mittelluncher. Gut. Was? Ich überlege ob ich einen Reroll dafür ausgebe. Mach. Ne ne ich machs nicht. Komm jetzt. Hier. Stärke 7 auf die 3. Diese scheiß Würfel ne. Danke an die Pathfinders übrigens für diese wunderbaren Würfel. Ja frag dich mal wie du so das bist. Kettling Rocket Launcher auf die 3. Einen sind wieder hoch. Guckt euch das mal an hier ey. Immer ne 2 dabei. Schöne Grüße an Dominik ne. Ja super. Vielen Dank auch. Stärke 6 auf die 3. Minus 2 zweimal bitte. Äh. Geht einer? Ja. Geht einer aber auf jeden Fall ne. So dann haben wir noch die Twin Icarus Autocannon. Auf die 3. Leute. Welche? Danke Dominik. 3 in die Scouts, 3 in den Levi. Ok. Erstmal die Scouts. Auf die 3. Jawoll. Starke 3 auf die 5. 5. Also jetzt ist aber gut. Das sind 3 Stück bitte. Aber allerdings einmal. Äh. Geht einer. Geht einer. Okay. Ok. So dann das ganze nochmal. Aber jetzt. Wobei warte mal. Hast du Deckung ignorieren? Äh nein habe ich nicht. Dann geht 3er. Hab ich gesagt. 4er Rüstungshof und dann werden sie auf den 3er. Äh. Habe ich Deckung? Läuft die Kamera? Läuft die Kamera? Jetzt frag. Jaja. Nein nein. Ich habe keine Deckung ignorieren. Gut. Dann stopp keiner. Ok. Levi. 3. 1 und wiederholen. Da machen sie es bestimmt. Und auf die 6. Einer. Ne. Gut. Die Jungs schießen jetzt alles da hinten drauf. Allerdings mit Stratagem plus 1 to Hit und Wut des Mars. Auf die 3. Äh. Auf die 2. 1 und wiederholen. Reloll. Keine 1. Ja. Jetzt ist Robert versöhnt. Dann in 2 Rutschen machen wir das mal hier. Ähm. Mit Stärke 3. Auf die 5. Das ist das eine. Und. Dann gucken wir mal. 9 Wunden kamen dabei rum. Und 3 Deadlies in addition. 9 Stück. Da geht ein bisschen was. Ja. 3 Wunden sind also äh. Also. Wären 2 Modelle raus. 3 Modelle raus. Und einer ist angekratzt. Also. 3 Modelle raus. Einer angekratzt. Genau. 1, 2. Und äh. 3. Wer ist angekratzt? 1. 2. Ja. 3 Punkte für 3 Missionsziele. Ansonsten habe ich die 15 jetzt endlich mal gemacht. Weil 2 mal 3 Missionsziele gehalten. Äh. 9 habe ich wieder eine Einheit zerstört. Nämlich die Scouts. Da bin ich immer noch nicht bei einem Siegpunkt. Genauso wie bei der 4. Also mit dem Hold the Center klappt auch nicht wirklich. Gut. Bewegungsphase Ultramarines. Gut. Bewegungsphase ist vorbei. Dennis. Ja. Die haben sich einfach wieder ins Missionsziel ran bewegt. Ähm. Die leiden ja die ganze Zeit unter Robert. Die Aggressoren sind nach vorne gegangen. Chapter Master. Und so hat sich genau eine Reichweite bestellt. Dass er wirklich genau beides abdecken kann. Die Scouts sind hier geblieben. Die Eliminators. Gucken wir noch mal. Sind wirklich da geblieben. Hast recht. Der Leviathan ist ein bisschen vorgerückt. Äh. Nicht vorgerückt, sondern vorgelassen. Was? Er hat schon gesagt jetzt. Er ist vorgerückt. Kann nicht schießen jetzt. Die Jungs behalten immer noch das Missionsziel hier. Und hier sind meine Jumpy Dudes runtergekommen. Da sind sie. Ja. Wollen Angst und Schrecken verbreiten. So sieht's aus. Dann äh. Joa. Was gibt's da zu lachen? Ich hab nix gesagt. Der ist vorgerückt. Warte. Ich leg's mir noch schnell zurecht. Du bist jetzt leider schon live. Achso. Gut. Dennis. Ich muss jetzt unterbrechen. Dennis schießt jetzt widerrechtlich den vorgerückten Leviathan. Ähm. Der nicht vorgerückt ist. Das ist natürlich noch ein Scherz. Die eine Autokanone in den. Die andere Autokanone in ihn. Und ein Flamer in die Jungs rein. Machen wir erstmal die Schüsse in die rein. Und der andere Flamer geht in die Scouts. Richtig? In die eigenen, ja. Gut. Also. Der Leviathan in die. Destroyer. Destroyer. Das sind sechs Stück. Das sind sechs Stück. Sechs Stück. Auf minus zwei hast du gesagt. Genau. Joa. Dann sind wir sowieso beim sechster. Uah. Retter. Wovon. Einer hält. So. Einer tot. Zwei tot. Der Einer hat noch ein Leben. Gut. Dann machen wir die nächsten Schuss. Wo ist denn hier? Sag mal. So. In das Chicken rein. Ja. Gibt es nicht. Minus eins töten leider. Weil es nur ein Fernkampf-Chicken ist. Die Re-Rolls sind episch. Aber ich darf mich nicht beschweren nach deiner Schussphase. Das ist ein Wurfelspiel. Ist das halt so. Und auf die drei. Problem ist nur immer, wenn die Taktik, die man dahinter hat, nicht mit der Schussphase dann aufgeht. Da bin ich der Meinung, das war ein Treffer schon. Äh, in Verbindung. So. Es sind drei, sechs, acht Wunden. Acht Wunden. Mit minus zwei auch wieder. Ja. Dann haben wir wieder unseren Sechser. Wovon einer hält. Äh, ganz knapp tot. Explodiert er? Nein. Natürlich nicht. Da bin ich jetzt, äh, zuverlässig. Chicken hat auch richtig viel gemacht übrigens heute. Und dann der W6 Flamer. Vier Schuss. Stärke fünf. Auf die dreien. Aber sowas von. Das sind vier Stück mit minus eins. Haben wir einen Fünfer. Gen drei. Das ist das, was ich sehen wollte. Ja. Okay. Dann, ähm. So, das war jetzt einer, der hier geschossen hat. Einer. Jetzt guckt euch mal dieses Schlachtfeld hier an. Kommt los, mach weiter. Ja, ähm. Ähm. Die beiden Jungs schießen auf, ich, ne, ich mach erstmal überlebenswert. Sorry. Ne, ich schieße in die rein. Die da schießen hier rein. Zwei Schuss auf die Vieren. Auf die Dreien. Das ist einmal Wunde mit DS-2. Ähm. Dreier Fünfer. Geht wieder einer. Sie werden immer weiter minimiert. Mhm. Und jetzt wird's schon schwer mit Missionsherhalten, glaub ich, ne? Da ist ja noch einer. Aber sind das sechs Zoll hoch? Naja, aktuell nicht. Aktuell nicht. Ist doch völlig egal. Aber ich hab immer noch, äh, Chance, äh, zu reagieren. Das stimmt natürlich, das stimmt. Ähm. Weißt du schon? Aber Würfel musst du sowieso zählen. Ja, eben. Weil ich würde jetzt nicht... Nee, die Z-2 hättest du noch. Ja, ich weiß bloß noch nicht, wo ich sie reinlenke. Ich, ich, ähm. Oder willst du dir die aufsparen? Ich überlege noch. Muss, da muss ich gucken. Die hebe ich mir zum Schluss aus. Ich würde jetzt die Aggressors machen. Oh, oh. Dann, äh, kannst du ja schon mal die W6-Klinge auswürfeln. Ja. Ähm. Ich würde vier Jungs da reinlenken und einer schießt da rein. Sehen? Vier oder drei? Vier. Ich hab grad geguckt. Der sieht auch noch. Das sind, äh, achtmal... Können wir jetzt doppelt schießen gleich wieder? Weil? Weil sie in der taktischen Doktrin sind. Und das hab ich vorhin extra angemacht. Das haben sie auch extra an Errata, wo das nachgefragt, ob wenn die sich in der taktischen Doktrin befinden und bei den Ultramarines sind, ob diese Regel dann als nicht bewegt zählt. Und ihr Rat, da haben sie ganz klar gesagt, ja, du darfst doppelt schießen. Okay. Also, achtmal W6 Raketen hier rein, plus der Rest dann. Wir zählen mal aus. Dann schon mal die Rocket Launcher. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Von oben. Fragstorm Granite Launcher. Das kann sein. Mit allem wiederholen. Mhm. Bei Chapter Master am Start ist. Und das dann bepreisen dementsprechend. Chapter Master? Ja. Okay. Und dann auf die dreien mit keinem einzelnen wiederholen. Das wär aber nötig gewesen. Mhm. Mhm. Sind fünf, acht, zehn. Würfel. Das wäre die erste Rutsche jetzt. Aber wir haben uns dazu entschlossen, jetzt gleich alles zusammen zu machen. Und Dennis holt sich jetzt die Würfel für die anderen. Ich hab zu wenig Würfel. 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 Was brauchst du denn noch? Ich brauch noch 18 Würfel. Ist doch kein Problem. Hol mal doch. Ey, wenn jetzt auch einmal jemand sagt, dass Orks viele Würfel haben. Dennis hat nicht die kleinsten Hände. Das ist auch für meine Größe schon eigentlich. Aber ich weiß, wie Marc sich fühlt. Na, jetzt Würfel. Wir sortieren morgen. Ja. Und die Rerolls. Oh, ist das fies. Ja, der war gut. So. Nimm mal eine Hand. Die Verbundungswürfel. Irgendwie ist nichts rausgegangen. Das seht ihr richtig. Warte, warte. Mal guckt euch mal dieses hämische Gesicht an hier. Ich hab schon ein schlechtes Gewissen. Auf die... Wiederschein drei, ne? Ja. Auf die dreien. Oh Gott. So. Der Robert würfelt jetzt die 51 Wunden. Dieses hämische Gesicht dazu. Das ist kein hämisches Gesicht. Du verwechselst aber. Dann würfeln wir. Auf die Fünfen. Ah, ich glaube das hält. Ist einfach gar nicht so. Wir zählen mal die Wunden. Ha. 18 Tote. Mit zwei Lehmzungen. Also. Der Trupp ist weg. Es sind leider zehn zu viel gegangen. Oh Mann ey. Aggressoren Marines. Was ist denn hier los mit euch? Stimmt? Da stimmt was nicht ey. Ja. Die müssen sie anpassen. Also dass sie noch eine... Besonders das Schlimme ist ja fast eigentlich dieses Plus eine Attacke und einen Hilfspunkt, den sie einfach kostenlos mit drauf gekriegt haben. Also die Flamer finde ich eigentlich schon fast okay. Weil die halt wirklich... Da musst du ein bisschen überlegen um die nach vorne zu kriegen. Aber mit den mit den 18 Zoll bei Ultras. Also da kannst du ja jetzt nachfolgeordnen wie ein Plus eins bei Ultras über durch die Gegend laufen. Das ist Wahnsinn. Geile Typen. Aber ist das mir jetzt einfällt? Ich nutze die ganze Zeit meine eine Fähigkeit nicht, dass ich einen Trefferruf und einfach Wundungshof pro Trupp wiederholen darf. Na dann. Das ist selbst schuld. Dann wären jetzt 20 Tote gewesen. Ne hier meine ich ja. Hier bei den Trupps hätt ich die ganze Zeit geholt können. Ja ist ja egal. Das macht jetzt nicht so viel. Guck mal, guck dir das Schlachtfeld an hier schon. Das ist echt verheert die Runde. Okay, ich mach die mal weg. Ich räum mal auf. Hol mal das Kehrblech. Jetzt kommt noch ein Aggressor hier. Jetzt weiß ich was vergessen. Schau so. Ich wollte eigentlich da ran schieben. Digga. So. Also zwei W6 dazu. Sind sieben Schuss dazu. Sechs. Sieben. Und dann. Das ist Einer. Leute guckt euch das mal an. Das ist Einer. Du darfst einen Trefferverwundungs-Dings nicht verwirren. Den Trefferwurfen darf ich sowieso gerade alle wiederholen. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Warum darfst du die jetzt nochmal alle wiederholen? Weil ich Master Artisan bin. Das ist das was sehr gerne gespielt wird. Weil das halt eigentlich die Regel der Dings ist. Das ist aber nicht Ultramarines, ne? Ne, ne. Das ist Nachfolgeordn und das haben die Salamanders auch. Das heißt wir reden über vier, sechs, acht, zehn, zwölf, dreizehn Wunden von einem Hütten. Dreizehn Wunden. So, dann gucken wir mal. Jetzt gibt es eins. Also auf die fünften gehen. Richtig. Dach mal. Kommt ihr jetzt hierher. Fünften. Weiß gar nichts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jetzt raus. Leute, das ist ein Schlachtfest hier. Das ist ein Schlachtfest mit den Marines. Okidoki. Ähm. So. Aber, weil es so schön ist, kommt nochmal ganz viel Dagger hier. Die kriegen sie jetzt schön hier wieder um die Ohren geschlossen. Vier Schuss. Ich darf einen Trefferwurf wiederholen. Warum darfst du Doppel schießen jetzt? Weil ich stehen geblieben bin und die, wie heißt sie, Bolterregel. Stalker? Ne, das sind ganz normalen Rapidfire Bolter. Achso. Wenn sie stehen geblieben sind, haben sie Doppel Schuss. Und Reichweite? Was haben die an Reichweite? 30 Zoll. Normalerlich 33. Das ist geil. So. Also treffen alle und einen Verwundungshof wiederholen. So sieht das dann immer bei Salamanders aus. Gut. Ihr Stück mit dir ist minus zwei. Sechs. Und keine Deckung. Doch. Achso. Da stehen vier. Alles klar. Wo ist Schäffer? Wo sind Schäffer hin? Keine Ahnung. Das ist jetzt Schäffer. Gut. Alles klar. Und dann kommt aber immer noch was. Ja. Das sind einfach zwei Typen, die da jetzt geschossen haben. Da sind wieder vier umgekippt. Und jetzt kommt das noch. Ja. Leider sind sich hier Sword Bolter. Was ist das? Ich möchte ja immer erwähnen. Ich darf heute die Minis vom Robert nutzen. Der ist so nett. Und Robert hat ja, wer ihn kennt, weiß. Ich spiele keinen Marines. Ja, der hat aber ein paar Ultramarine-Modelle unten stehen. Ja. Ein paar Punkte, Robert. Ein paar, ja. Aber, ähm, was haben die jetzt für eine Bewaffnung hier? Die haben leider die jetzt die Plasma. Achso. Normalerweise in der Liste, die ich geplant habe, war ja der Levy nicht drin. Ja. Dann sind die praktisch meine Abwehr gegen Fahrzeuge. Ja. So spiele ich sie im ASBDK. Ich finde die ganz geil. Du sagst im Endeffekt ein Fahrzeug als Ziel an. Das ist so meine Taktik. Ähm. Sagen wir mal jetzt den Läufer. Dann schockst du die halt in der ersten oder zweiten Runde, also entweder du schätzt sie gleich auf, oder schockst sie in der zweiten Runde in die Nähe von deinem Typen, der das Relic of O's hat. Ja. Dann kommen die runter, dürfen alles wiederholen und nehmen dir ein Fahrzeug raus. Also die haben auch gegen den, gegen den Bega in der ersten Runde dadurch den, wie heißt da von den, von den Space Minions, der neu plantet, der Executioner rausgenommen. Weil das kriegen die hin. Die legen dir im Schnitt gegen den 3er Rüsterhof mit 8er Widerstand legen die dir, glaube ich, im Schnitt 16 Wunden. Und das reicht. Das musst du dir mal reinziehen, ey. Das reicht für jedes Fahrzeug, was du bei ASBDK eigentlich treffen kannst. Das ist krass. Siehst du, dann gibt es noch ein bisschen, ein bisschen Erklärstunde zwischendurch. Leute, ähm. Ich hoffe, das gefällt euch. Wir hoffen das. Aber, Dennis, dann spann mich jetzt nicht länger auf die Folter. Gut. Vielen Dank für diesen kleinen Exkurs. Dennis ist nämlich im echt schönen Tiefen mittlerweile in der Ultramarine, äh, Marine-Materie. Das ist ganz gut. Weil ich habe das mit diesen Nachfolgeordnungen, dem ganzen Krempel, was du jetzt aktuell spielst, habe ich ehrlich gesagt lange, habe ich jetzt noch gar nicht gerafft. Es ist auch so viel. Also allein, was die Ultras, mit was für Stratogems du um dich schmeißen kannst, das ist... Ja, gut. Aber das müssen wir, wir gehen das gleich nochmal, oder nachher, wir gleich nochmal ein Postgame durch. Genau. Ich würfel erstmal die beiden Typen raus, die auf ihn schießen, auf den Zoom-Caller. Ja. Überhitzen die? Die überhitzen jetzt. Deshalb würfel ich sie extra aus. Die zwei weißen sind von dem einen, die roten von dem anderen. Leg ich jetzt gleich hin. Das sind drei und drei. Und der andere kommt noch einer dazu. Ne, jetzt muss ich jetzt warten. Rote Löffel. So. Und jetzt sehen wir praktisch genau, welche rausgeht. Der rote ist er, der weiß ist er. Dann eins wiederholen. Ist aber keiner dabei. Mhm. Ich könnte jetzt noch einen Trefferwurf wiederholen, wenn ich will. Aber es kann nur eins werden. Ja. Genau, deshalb mache ich es nicht. Und dann... Auf den Dune-Crawler erstmal, ne? Genau. Der hat Tafnis Dieben. Du hast Schärke 8 verschaffen. Also auf die dreien. Einen darf ich noch wiederholen. Ja. Sind also fünf Wunden mit DS-4. Okay. Dann habe ich meinen Sechser Retter. Äh, Fünfer Retter. Entschuldigung. Wovon zwei durchgehen. Sind sechs Schaden, oder? Drei Flat? Ne, zwei Flat. Ah, okay. Alles klar. Dann hat... Verliert er nur vier Lebenspunkte. Ich dachte noch sieben. Schießen sollen es. So, und dann schießt der eine Typ noch in die Skitari Ranger rein. Das sind... Ein mal drei. Kann man so. Das ist echt egal. Der trifft alle. Sechs Stück? Ne, wie viel? Ja. Ja, gut. Auf die Zweien wahrscheinlich jetzt. Und die Eins wiederhole ich noch. Sind alle. Kannst du noch rein. Darfst du das nochmal wiederholen? Weil vorhin hast du ja schon einen wiederholen. Stimmt. Dann darf ich den nicht wiederholen. Dann legt der vier mit einer Eins. Du darfst, glaube ich, nicht. Einmal den Retter. Ja, klar. Dann Sechser Retter. Alle haben einen Retter hier. Sind drei tot. Okay. Gut. Ach, halt. Das ist ja der Chef hier, haben wir ja gesagt. Ja, dann mache ich das folgendermaßen. Und zwar... Wird jetzt geküsst. Schieß ich... Ich habe nur die Eliminator. Oh Gott, oh Gott, ja. Ich schieße mit zwei Typen in ihn rein. Und ein Typen in den Trupp rein. Okay, hau raus. So, erstmal die beiden, die auf den Trupp schießen. Auf die Zweien treffen beide. Auf die... Wieder schon fünf, ne? Ja. Also auf die Vieren. Da gebe ich den Re-Roll raus. Bleib dabei. Ein Städtegym? Nein, nein. Das ist einfach nur, weil ich das vom Trupp her an sich darf. Ach so, okay. Einmal? Minus? Wie viel? Zwei. Ne, eins. Ds-1. Okay, fünfen? Ne? Ist er weg. Und dann der eine Schuss auf den Typen. Hier dürfte ich den Trefferwurm wiederholen. Aber kein Verwundungswurf. Passt aber so. Ds-1. Ne. Ne, geht auch. Das waren jetzt richtig viele Einheiten im Beschuss getötet. Alter. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Einheiten im Beschuss zerstört. Und den einhebe ich mir da ja schon auf. Die ganze Zeit. Ja, dann würde ich noch einen Charge schon sagen. Ja. Und zwar wollen die da rein, der will eher da reinschautchen. Gut, dann gebe ich da mal Abwehrfeuer würde ich sagen. Einsen dürfen wir wiederholen. Das bleibt bei den Einsen so. Ach so, das waren drei, sechs. Ne, zwei. Einmal minus null. Und warte mal. Doch, halt. Minus null. Bestimmt gar nicht. Ich glaube, die kriege ich bei einem Verwundungsrohr von sechs. Gibt es irgendwas. Aber es waren nur zwei Schaden, glaube ich. Genau. Also du hättest es. Aber geschafft. Und dann muss ich eine fünf schaffen. Und wieder eine drei gewürfelt beim Charge. Aber ich gebe meinen letzten CP aus für den Reroll. Und genau so spiele ich die Jeans wieder. Das ist halt scheiße. Aber gut. Das macht jetzt nichts, Dennis. Das ist ein CP-Unterschied, ne? Ja, aber ich sage mal, du hast genug vernichtet jetzt. Ja. Gut. Ich mache mal Moral hier. Das passt sogar, Leute. Sehr gut. Moralwert 7. Ja, hier. Das ist egal. Moralwert 7. Da muss ich nicht Moralwert machen. Da muss ich nicht. Gut. Dann erzähl mal deine Punkte. Ich könnte nur noch versuchen, irgendwie hier runter zu gehen. Aber das sind vier. Und dann müsste ich neun rüstig würfeln. Ja, das ist scheiße. Also Charges kriege ich nicht hin. Ja, gut. Dann gehen wir zu den Punkten. Kann ich mal probieren? Ne, auch nicht. Gut. Dann mach mal Punkte und dann komme ich gleich und filme dich. Ja. Ähm. Ich habe wieder nur zwei Missionsziele gehalten durch den verkackten Charge. Das ist natürlich schade. Ich habe dadurch auch die 15 nicht geschafft, die der Robert schon zweimal gemacht hat. Also wir sehen ja, Robert spielt die Mission und ich spiele einfach nur töten. Das reicht dir aber auch. Ja, so ein bisschen, ne? Das Problem ist ja, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, wenn die Taktik dann einfach nicht aufgeht, weil du ne bisschen bessere... Aber da sind halt die Würfel dann manchmal. Das ist halt, wie es ist. Take Aim. Sechs getötet, weil alleine diese Einheit Runde fünf... Jetzt hast du drei Siegpunkte jetzt. Und die Eins am Ende des Spielzugs mache ich auch wieder. Mhm. Und ja, man sieht eindeutig, wie es sich verlagert. Ja, aber wir geben nicht auf. Wir bleiben standhaft. Auch wenn es nicht mehr lange dauert. Okay, Bewegung. So Leute, Bewegungsphase ist vorbei. Doomcrawler ist hier rüber. Er hat dann schon mal repariert. Dann gab es einen, dann habe ich einen CP gezündet. Dann hat er nochmal welche dazu bekommen. Also der ist jetzt wieder auf sieben. Warte mal, acht? Ja genau. Also einmal eins, einmal zwei. Der da los ist, ist nach... Hier vorne ist advanced. Ist jetzt innerhalb von drei Zoll um den Levi. Wichtig. Die sind einfach nur hier hinter. Einer ist hier runter, dass er das Missionsziel hält. Die Jungs sind stehen geblieben. Der ist mit seinen letzten Dingsbums hier hinten hin. Bewegungsreichweite hier hin, dass er das Missionsziel hält. Dass der eine Gringo wieder hoch kann. Und das war's schon. Mehr habe ich nicht. In der Schussphase wird der Dedalosos jetzt erstmal seine Architek Speicher aktivieren. Jetzt nicht, dass wir plus eins zu Hit bekommen auf irgendwas. Sondern, dass eine Einheit innerhalb von drei Zoll zwei W6 tödliche bekommt. Dennis hört überhaupt nicht zu. Ja, das sind Marines. Da musst du nicht zuhören. Ich kann leider keinen halben Schaden ziehen. Ich hätte jetzt gedacht, dass du das hinterfragst. Wenn ich sage zwei W6 tödliche. Es sind nämlich nur W3. Ich wollte einfach mal deine Reaktion. Aber das interessiert den gar nicht. Der Mark hat mir gerade was lustiges geschickt. Ich muss das zugeben. Okay. Also er hat ja nicht zugehört. Jetzt gibt es drei tödliche auf den Levi. Nein. Das heißt, der ist schlechter. Also auf sechs. Das heißt, du kriegst doch die Punkte nachher in der Abrechnung für den drei. Jetzt ist der halbe Leben weg. Das sind 150. Richtig. Genau, das ist nämlich der Plan. So. Und dann fangen wir an zu schießen, würde ich sagen. Ich denke dann, deine Icaruswaffe hat sogar plus 1 to hit jetzt. Ich weiß. Deswegen spielt man so Doomcrawler. Aber danke. Um Jumpy Dudes abzuhören. Wir schießen jetzt. Er schießt jetzt alles da oben in die Jumpy Dudes natürlich. Cognes Heavy ist aber. Der trifft ganz normal. Stärke 4. Nichts. Wir machen den Missile Launcher jetzt erstmal. Auf die 2. Einsen dürfen wir durch den Tech Priest Dominos wiederholen. Jawohl. Stärke 7. Auf die 3. Bitte einmal minus 3. Einmal? D ist minus 3? Ja. Du bist ja irre. Das sind dann die 6 Schaden. Das sind 6. Nein. Ich hasse dich. Wäre schön, wenn das überspringen würde. Nur in dem Fall jetzt. Weißt du? So. Zack. 5 Schuss Gatling Rocket Launcher. Auf die 2. Jawohl. Und wieder auf die 3. Viermal bitte mit minus 2. Also auf die 4 geht einer durch. Für 2 Schaden. Ach du hast 2 wegen Deckung oder was? Die zählen als Infanterie. Das heißt 2 Schaden hat er noch einen Lebenspunkt. Das ist richtig. Aber dann haben wir noch was. Dann hast du noch was. Dann haben wir jetzt noch die Twin Icarus Auto Cannon. Das ist die beste. Einen sind wiederholend durch den Tech Priest. Und jetzt wieder auf die 3. Dreimal mit minus 1. Das sind 2 Tote. Jeweils 2 Schaden. Nee. Hattest du vorher eigentlich auch 2 Schaden gemacht? Nee. Und jetzt nochmal 2 Schaden. Hier. Hab ich ja gut gemacht. Die haben 3 Leben. Was? Die haben Gravis Amor. Alle Gravis Typen haben plus 1 Leben bekommen. Die haben 3 Leben die Boys. Genauso wie die. Die haben doch auch die Gravis Amor an. Alter das ist doch ein Scherz oder? Kostenlos. Sie haben es auch noch kostenlos bekommen. Das ist doch ein Scherz. Dann schießt er seine Eradication Array da oben noch rein. Das klingt auf jeden Fall krass. Ja die ist auch gut. D3. Drei Schuss. So. Nein. Drei Schuss. Auf die 3. Einsen dürfen wir wiederholen. Natürlich eine 1 und eine 2 und schon wieder eine 1. Richtig so. Hast jetzt genug geschossen da. Ähm. Ja es hilft nichts. Egal. Stärke 6. Auf die 3. Jawoll. Minus 1. Oder minus 2. Ne ist egal. Minus 2. Ich halte es auf jeden Fall mit einer 6. Ach man ey. Kann hier irgendwas mal funktionieren. Das ist doch hier einfach. Roberts Rage hält. Ist doch einfach nur Scheiße. Ja dann schießen die 2. Wollte ich gesagt. Da rein. Ähm. Die Akelbuse auch. Die Akelbuse eine schießt da rein. Die Akelbuse die andere. Plus einen Ranger gehen in die Aggressoren. Erstmal der Ranger. Auf die 3. Nein. Nein. Nichts. Die Akelbuse. Jawoll. Stärke 7. Minus 2 bitte. Einmal. Dann ist einer weg. Okay. Dann die nächste Akelbuse in die Jumpy Dudes. Stärke 7. Auf die 3. Minus 2 bitte. Ist er weg. Der Trupp performt. Ja. Dann der Trupp hier. Ranger. Äh. Ranger. Número 1. Schießt. Ich verwunde mal alles hier rein oder? Warte mal. Ich glaube ich werde alles in den Trupp schießen der das Missionsziel hält. Ranger. Trifft. Verwundet. Mit Minus Null. Hält. Zwei Akelbuse. Treffen beide. Jetzt. Sehr zwölfelsauer. Äh. Zweimal mit Minus 2. Beide durch. Einer tot. Ja. Der andere. Den re-roll ich. Einen Schaden. Seht ihr noch? Haha. Mit re-roll man. Das ist so schlecht. Shitte. Also es ist die Schussphase gut. Das muss man. Ja mit dem. 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 Ein paar Punkte. Ja. Also 180. Entschuldigung. Die Energiekanone schießt in den letzten Jumpy Dude. Und alles andere geht da hinten rein. Erstmal 3d3 Schuss für die Energiekanone. Auf die 5. Nichts. Ach leider. Das kann doch nicht wahr sein hier. Jetzt muss ich kurz mal gucken hier. Ich komme bei dem Ding immer so ein bisschen durcheinander mit den Werten. Dann haben wir die Cogniz Handys dabei natürlich. Tja Robert hat Cog gesagt. Genau. Gehen alle natürlich in die Aggressoren. Auf die 5. Einen dürfen wir leider nicht wiederholen. Also ich habe da jetzt noch 4, 5 schon gesehen. Ja ja. Die Hälfte. Auf die 5. Da sind 3 Stück mit minus 0. Halten 2. Kriegt einer an dem Punkt abgezogen. Das ist ja Wahnsinn. D6. Missile. Launcher. Das zieht. Ja geht so. 5. Und definitiv die 3. Deswegen würfeln wir die 2. Gut. Das war es ne. Ich gucke mal. Ja das war es. Dann werde ich aber noch. Nicht chargen. Doch werde ich. Geht nicht. Achso der ist Advanced. Ja. Sonst hätte ich deine Scouts gecharged. Ja egal. Aber die 3 Deadlies da. Die waren es wert. Oder 2 was da war. Keine Ahnung. Ja. Dann zähle ich mal Punkte. Leute. 3 Missionsziele halte ich immer noch. Dann habe ich hier bei der 15 das 3. Mal erfüllt. Und Take Aim habe ich jetzt endlich mal 3 Einheiten im Fernkampf vernichtet. Ja. Also 3 plus hier haben wir jetzt endlich mal 3 Punkte. Und da bei der 9 auch die 1. Mit der Hold the Center. Das war auf jeden Fall ein Schuss in den Ofen hier. Gut. Dennis. Ich probiere es jetzt einen zweiten Anlauf. Aber er bleibt erstmal noch hier stehen. Hat sich versucht so ein bisschen aus der Schussphase runter ihn zu bewegen. Die Jungs supporten die. Sollen auch nicht von den Akkusen getroffen werden. Sollen jetzt im Endeffekt das beides beenden. Hier die Scouts sind natürlich hier runter bewegt. Hätte ich gar nicht machen müssen. Aber gut. War bewegt. Und er wird jetzt den kaputt schießen. Und dann da reinschauen. Weil ich hatte keine Möglichkeit ihn noch irgendwie in Deckung zu kriegen. Und die Jungs haben sich hier komplett zurück gezogen. Damit er die gar nicht mehr sehen kann. Ja. Er bunkert jetzt. Er macht es jetzt nochmal richtig feige. Obwohl er jetzt das Schlachtfeld dominiert. Du hast dich doch da hinten so hingestellt. Dass ich dich nicht sehe. Ich kann mir nichts vorwerfen. Ich bin dauernd offensiv nach vorne. Schieß jetzt. Gut. Dann fangen wir an. Er schießt mit all seinen Waffen in ihn rein. Soll ich es auswürfen? Nein, ich mache ihn weg. Gut. Okay. Dann die Aggressoren. Ja. Da muss ich jetzt überlegen wie ich es mache. Also einer hat da gesagt. Schieß jetzt in den Skorpius. Und die anderen drei werden wir rein schießen. Ja. Also dann. Ich würfel zuerst den aus der darauf schießt. Zwei bis sechs noch dazu. Da sind fünf dazu. Also 17 Schuss. Reroll haben sie immer. Das ist halt echt das Schlimme. Das macht sich halt so verlässlich. Aber da waren es trotzdem. Das war schon nicht sehr gut gewürfelt. So dann eins wiederholen. Weil? Weil der Lieutenant daneben steht. Und ich nutze hier auch mein Reroll. Ja nutze ich auch hier. So. Das heißt. Wir sind bei zwei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Neun Runden mit DS-1. Ich probiere es. Drei. Sechs. Neun. Das sollte reichen. Zählt schon unverschämt. Vier. Tschüss. Ja. Der ist weg. War aber trotzdem. Naja. War gar nicht so schlecht eigentlich. Gucken wir mal ob er explodiert. Das bringt eh nichts. Ja. Aber da ist nichts. Äh. Das hier beschädigt werden könnte. Und dann dreimal Raketen würfel ich schon mal aus wie viele Schüsse dazukommen. Das sind neun. Zwölf. Sechzehn. Einundzwanzig dazu. Ich nehme die weg Dennis. Okay. Das äh. Bringt glaube ich nichts. Das sind hier fünf Dudes. Und die werden ziemlich sicher gehen. Glaube auch. Ich habe jetzt schon leider zu schnell gewürfelt. Ich habe gesagt, dass die drei auf seinen Chef schießen. Also die können wir ja auch mal zeigen zur Abwechslung. Weil die Jungs gibt es halt auch noch. Auf den Chef Dominos. Ja. Das sind drei Treffer. Widerstand hat er bestimmt mindestens fünf. Vier. Vier noch? Ja. Okay. Dann auf die dreien. Und einen dürfte ich mit dem Trupp wiederholen. Bleibt dabei. Zweimal DS-1. Okay. Dann haben wir die Dreierhose. Stehen beide. Jo. Ähm. Und dann kommen wir in die Nachkampfphase. Versuche mit ihm da rein zu chargen. Ich mache mal ein bisschen Abwehrfeuer. Machen wir ein bisschen Abwehrfeuer. Dann kommt noch. Einer kommt noch. Das sind zwei Sechsen. Dann nehme ich die zwei Zweien. Weil das gibt jetzt wieder eine Sechs. Ne. Dann charge mal. Komm. Mach mal Dennis Charge. Naja. Diesmal reicht er. Sieben Zoll. Gut. Dann hack mal zu. Jetzt muss ich mal gucken. Aber im Nahkampf ist eine Chance. Das weiß ich. Ja. Zwei Attacken der gute Mann. Auf die drei. Plus eine, weil er gecharged ist. Also drei Attacken. Ne. Dann profitiert er davon. Sicher? Alle Ultramarine Einheiten profitieren davon. Das ist ein ganz normaler. Darf ich eine wiederholen. Zwei Master Artisan. Und auf die zwei mit eins wiederholen. Gut. Zwei Stück minus null. Ja. Zwei Stück minus null. Vieren. Geht einer. Gut. Dann dürfen wir noch zurückhauen. Gleich. Die beiden hauen zurück. Ne. Einer haut nur zurück. Der andere bleibt da oben. Ne. Einer haut nur zurück. Auf die vier. Nix. Okay. Das war's. Der andere kann ja nicht. Äh. Ja. Sonst noch. Das war's. Ne. Mhm. Ich halte immer noch. Ja. Ja. Ich weiß. Ich hab bloß nicht gedacht, dass er nur zwei hat. Ich dachte, er hat wenigstens vier. Und er ist im Nahkampf. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Du wirst dich ja sowieso zurückziehen. Ne. Um raufzuschießen. Pff. Wieso? Ja. Mit was will ich denn noch raufschießen? Ja. Punkte sollten ja mit der Dings. Ach. Wir gucken mal. Zähl mal Punkte. Ähm. Ich hab getötet zwei Einheiten. Mhm. Und halte äh. Zwei. Sagen wir's. Ja. Dennis hält wieder zwei. Ähm. Ansonsten. Ja. Hier. Gab's äh. Bei der. Bei der neuen. Solltest du. Das hatte ich vorher schon. Also ich hab jetzt hier sekundär nicht gepunktet. Ich hab jetzt das dritte Mal meine Aufstellungzone freigehalten. Ja. Das hatten wir fälschlicherweise vorhin schon mit reingeschrieben. Habe ich aber erst jetzt gemacht. Da hab ich also zwei. Äh. Du hast jetzt. Dritte Mal hast du jetzt. Genau. Das heißt du kriegst da drei Punkte. Drei sechs Punkte. Okay. So. Ähm. Neun hast du jetzt aktuell acht Einheiten vernichtet. Also das reicht noch nicht. Aktuell neun zehn dreizehn zu sechs elf. Dreizehn zu elf. Du liegst sogar vorne. Ja gut. Aber äh. Äh. Mir geht die Bruste aus. Aber naja. Ist egal. Okay. Bewegung. Die auch schon vorüber ist. Die Jungs sind advanced und äh. Alles hier runter. Mit einer Sechse sind die übrigens advanced. Äh. Das heißt. Die stehen jetzt da. Der Kleine ist ein bisschen aus dem Nahkampf. Er ist hier rüber advanced. Doomcrawler hier rüber. Der hat den dann repariert. Der ist voll. Da brauchte ich ja auch nur noch einen. Und dann kommen wir in die Schutzphase. Achso. Canticles erstmal. Einsen wiederholen im Beschuss. Einsen wiederholen im Beschuss. Brauch ich aber nicht. Weil alles was jetzt schießen kann. Ist sowieso in der Reichweite vom Dominos. Und Einsen im Nahkampf wiederholen. Juhu. Doomcrawler. Alles in ihn. Heavy Stubber. Dreien. Einsen wiederholen. Stärke 4. Sechsen. Einmal. Minus Null. Äh. Ja. Hält. Ist ne 5. Gut. Dann haben wir den Missile Launcher. Drift. Nichts. Dann haben wir den Gatling. Ja aber nicht im Verbundenen. Also. Äh. Den. Na wie heißt der denn? Hier Gatling. Gatling. Rocket Launcher. Auf die 5. Nichts. Twin Icarus Autocannon. Dreien. Ich treffe die nicht auf die 4. Die hat auch minus 1. To it. Weil sie nicht auf Liga schießt. Ja ich treffe ähm. Auf die 3. Du hast nicht mehr plus 1 durch den Typen. Nein. Add 1 to all Hitrolls. Äh. Tagessandcrawler. Substract. Achso. Ja du hast recht. Dann gehen 2 raus. Oh. Dann siehst du du hast recht. Scheiße. Das ist noch einer. Äh. Das ist jetzt noch einer. Würfel 4 plus. Auf die 4 plus hast du mich geholfen. Komm. Nein. Natürlich nicht. Dankeschön. Deiner Stelle hätte ich mir gegeben. Gut. Wäre durchgekommen. Siehste. Wären 2 Schaden gewesen. Nein. Ist egal. Den Fehler habe ich auch gemacht. Weil ich vorher auch schon schlechter getroffen hätte. Aber äh. Macht ja nichts. Weißt du die Fehler passieren ja nicht aus Böswilligkeit. Sondern einfach. Ne ne. Aber jetzt ist ja eh nichts passiert. Ja. Ähm. Ja. Dann äh. War es das auch schon. Ich halte. Drei Missionsziele. Eins. Ne. Hier das hältst du nicht. Das ist umkämpft glaube ich oder? Nein. Ich bin Standard. Stimmt. Dann ist wenn wir gleich Fehler haben. Ist es äh. Scheißegal. Du kannst da. Zehn Dreadnoughts stehen haben. Wenn ich mehr habe. Das ist nur. Wir gucken mal nach. Nein. Ich bin der Meinung. Wenn Standard ist. Zählst du nur mehr. Wenn wir gleich. Nein. Standard hat Objective Secured. Wir gucken da nochmal nach. Brauchen wir ja nicht gucken. Also ich halte eins. Zwei. Drei. Und äh. Hab nichts vernichtet. Ja. Ich kriege wieder meine drei Siegpunkte. Ähm. Aber ansonsten habe ich hier auch nichts gemacht. Da habe ich halt jetzt das viermal erreicht. Aber gut. Das wird es jetzt gewesen sein. Ähm. Dennis. Bewegung. Jo. Mach mal die Bewegung. Vorbei die Bewegung. Ich bin im Endeffekt mit einem vorgerückt. Um mir jetzt auch die letzten Missionsziele zu holen. Ähm. Achso. Warte. Ne. Noch nicht abgeschlossen. Ich bewege nämlich die Dudes. Zwei Stück. Ne. Alle drei hier raus. So. Damit sie ihn sehen können. Mhm. Darum gehts. So. Gut. Ähm. Dann. Ansonsten ist der Rest halt wie gesagt alles vorgerückt. Ähm. Ähm. Wir fangen an. Soll ich die beiden Flammenwerfer da reinwürfeln? In die beiden. Ne. Ne. Die kann ich rausnehmen. Okay. Und dann schießt den Rest hier rein. Genau. Schießt den Rest da rein. Das sind 20 Schuss. 6, 8, 10. 10. Das war übrigens liebe Freunde. Das hätte ich so eigentlich nicht gemacht. Die hätte ich am liebsten im Nahkampf gelassen. Ähm. Weil er dann jetzt nicht hätte schießen können. Warte mal. Quatsch bin ich. Und äh. Ich meine hier war klar, dass ich den sowieso nicht wegkriege. Aber dann hätte er jetzt in dieser Phase nicht schießen dürfen. Wäre geiler gewesen. Weil mit den zwei Attacken passiert sowieso nichts. Ne. Der nimmt die vielleicht raus. Vielleicht aber auch nicht. Also ich hätte eine Chance gehabt, dass er potenziell nicht schießen darf. Aber ist wie es ist. So. Die 20 Schuss in deinen Doomcrawler rein. Grausamer Wurf. Einen darf ich wiederholen. Trifft jetzt nicht mehr so gut, ne? Nur noch auf die 3. Nur noch. Gehen von 20 Schuss 3 raus. Ne. Trifft nicht mehr so gut. Äh. Widerstand 7, ne? Also auf die 4 Plus. Einen dürfte ich wiederholen. Sind 2, 5, 6 Wunden. 6 Stück. Nur 6, ja. Mit minus 2. 2. Oder so. 5er Retter. Komm. 2, 4, 6, 8 Schaden. Alles klar. Ist er auf 3. Gut. Typisch. Das war's schon, ne? Dann krieg ich deine Mordloburen zusätzlich. Mhm. Ansonsten äh. Stärke. Auf die 3. Stärke 5. Ja. Sind 2 Wunden. Mit DS minus 2, oder was? Mit DS minus 2, ja. 4. Vieren. Beide safe. Wie ein junger Gott. Ja. Und ähm. Dann war's das auch in meiner Runde. Ich halte 3 Missionsziele. Mach jetzt. Hast du Scouts da doch. Die habe ich doch weg gemacht. Hm? Die Jungs habe ich doch weggeschossen. Das ist mein Thema. Aber er wollte es probieren. Okay. Du hältst 3 jetzt. Ja. Wir gucken gleich mal. 3 Punkte hält er. Ansonsten hier wird's langsam auch. Hold this area hat er jetzt auf jeden Fall auch 4 mal erreicht. Ansonsten Take Aim ist er jetzt bei 9. Und äh. Die 15 hat er jetzt das erste Mal. Aber hier gibt's jetzt noch nichts in den Secondaries. Ja. Bewegung Ultramarines. Bewegung Atmec. Bewegungsphase ist abgeschlossen. Die Jungs halten weiterhin dieses Missionsziel und verstecken sich. Dominos ist hier rüber. Dass er da von einem weniger gesehen wird. Er ist hier rüber. In 3 Zoll. Dann habe ich ihn einmal W3 für einen repariert. Dann habe ich meinen letzten CP ausgegeben für nochmal reparieren. Das waren dann 2. Jetzt ist er auf 6. Und dann kommen wir auch schon zum Schießen. Und er schießt nämlich jetzt alles in die Eliminators. 3 Schuss. Hell ist aber. Einsen wiederholen. Durch Dominos. Achso. Wir haben übrigens Canticles. Müssen wir jetzt neu auswürfen. Wir sind ja schon wieder in der neuen Runde. Zwei Stück bitte. Ne. Einer. Bitte mit Minus Null. Hält. 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 Dann haben wir den Missile Launcher für W6. Äh. Für einen Schuss. Stärke 7 trifft. Und verwundet bitte mit Minus 3. Ne. Hält auf jeden Fall nicht. Einen Schaden. So. Dann haben wir die 5 Schuss Dingsbums. Auf die 4. Und dann auf die 3. Dann haben wir 3 Stück bitte mit Minus 2. Halten 2. Einer geht durch. Einen Schaden wieder. Ist einer weg. Dann haben wir nochmal 4 Schuss. Vieren. Einsen wiederholen. Nichts. Dreien. Zwei Stück bitte. Mit Minus 1. Eine Wunde. Zwei Wunden. Zwei. Ja. Okay. Ähm. Ja. Das war's. Ich halte zwei Missionsziele. Ich halte zwei Missionsziele. Ja. Gut. Bewegungsphase ist abgeschlossen. Scouts hier rüber. Levi ein bisschen hier rüber. Die beiden hier nach Bubble geben. In der Mitte. Und die Aggressoren ganz normal 5 Zoll nach vorne. Schussphase. Genau. Fangen wir mal mit der wichtigen Schussphase an. Und zwar sind das. Der Levi oder? Genau. 20 Schuss vom Levi. In deine Spinne rein. Ja. Ich treffe eigentlich auf die 3. Minus 1, weil ich bewegt habe. Ich darf auf die 4. Ich darf alles wiederholen. Wiederholung. Auf die 4. Wurde ich auf die 4. Wurde ich auf die 3. Und eins in meinem verwundenen wiederholen. Und einen darf er sich sowieso noch klauen. Wegen Master Artisan. Und dann sind das. Geht einer raus. Das sind deine Wunden. Nee Quatsch. Auf die 4. Alle 3 bitte raus. Das ist noch eine 3. Dann haben wir 4, 6, 10, 12 Stunden. Das schaffen wir nicht. 3 darfst du nicht schauen. So. Minus 2 hast du gesagt. Fünfen. Das ist weg. Ja. Das ist er weg. Guck mal ob er explodiert. Gut. Gut. Wieder eine Einheit vernichtet. Jetzt hast du die 5 Punkte übrigens voll. Genau. Und dann chargen die noch da rein. Willst du den Eliminator vielleicht noch schließen? Achso. Ja komm. Auf den Chef. Trifft. Verwundet. Die ist minus 1. Safe. Dann der Charge. Ja. Der ist drin. Gut. Dann nehme ich die gleich raus. Weil das bringt nichts. Das hätte ich sogar ausgerufelt. Das gegen Aggressoren im Nahkampf mit 3 Rangers. Das freut du ja auszulöffeln. Du kannst die jetzt ans Missionsziel stellen. Und Punkte zählen. So. Ich halte jetzt 4. Weil ich hinten das eingenommen habe. Dann hast du die 9. Hast du voll. Mit 5 Siegpuppen. Die 15 mache ich das zweite Mal. Das heißt, ich krieg dir auch. Und hier halte ich die 5. Runde jetzt schon sauber. Jede Runde. Das heißt, hier gibt es auch 5 Siegespunkte. Ja. Gehen wir in die 6. Runde. Okay. Dann machen wir da gar nicht mehr viel. Ja. Robert hält sein Missionsziel. Ich halte mein Missionsziel fertig. Du kriegst dafür einen Punkt. Und ja. Dann machen wir noch schnell meine Bewegungsphase. Ich bewege mich gar nicht. Geh einfach nur hier hin. Mit dem willst du auf den schießen jetzt oder was? Ja. 24 Zoll reicht. Ach stimmt. 24 plus 2 sind 27 Zoll reicht nicht. Wir müssen mal messen. Er musste sich doch ein bisschen bewegen. Aber wir würfeln das jetzt schnell aus. Sind damit nur auf die 4. Einmal wiederholen. Mit aber alles wiederholen. Ach so. Ich hab da mal alles wiederholen. Dann sind wir noch 2. 2. Mhm. Aber der war nicht gut. Nicht gut. Und dann auf die. 3. 3. 3 mit 1 wiederholen. Hast ja keine Stärke. Und einen Wurf darf ich wiederholen. Weil Master Artisan sind also ja. Der ist weg. 5. 9. 10. 12. 12 mal DS-2. 12 mal DS-2. 12 mal DS-2. 12 mal auf die 4. Das sind 2. Ja der ist weg. Ja. Damit war's das Dennis. Danke. Der geht vom Feld. Kloreich. Getabelt. Das heißt du kriegst da auch nochmal ein paar Punkte. Ja. Wir kommen mal zur Auswertung. Ich hunkle jetzt. Weil das eine ziemliche Vernichtung war. Freunde. Post Game. Vielen Dank Dennis. Hat Spaß gemacht. Also geht so. Tut mir leid. Das ist jetzt. Ja du. Das war einfach mal ein Abbild dessen was die Marines halt können. Es ist ausgegangen 42 zu 24. Wir haben uns eben oft schon mal darüber unterhalten. Wichtig ist es natürlich jetzt mal abgesehen davon. Dass wir diese Listen jetzt so nicht vielleicht auf dem Turnier gespielt hätten. Auch wenn es Ars Bellica ist und die Möglichkeiten natürlich eingeschränkt sind. Hätten wir die Listen so nicht gespielt. Aber wichtig ist es immer. Dass man irgendwie versucht diese Punkte ein bisschen zu retten. Auch wenn man dann wirklich merkt. Also bei mir war es zum Beispiel so die Runde 2. Wo ich gemerkt habe meine Schussphase geht nach hinten los. Und dann kam seine Schussphase die ja absolut vernichtend war. Da muss man dann versuchen irgendwie so ein bisschen zu bunkern. Irgendwo die Punkte noch zu retten sage ich mal. Das hätte ich jetzt noch exzessiver betreiben können. Du hättest natürlich auch noch safe spielen können oder so. Aber man muss die Punkte versuchen irgendwie zu retten. Weil wichtig ist natürlich bei sowas diese Differenz. 48 Punkte hätte er diese Punkte jetzt erreicht. Hätte er mehr als doppelt so viel wie ich. Dann wäre es natürlich richtig übel für mich ausgegangen. So habe ich mich jetzt irgendwie gerettet. Aber wie gesagt 2442 war schon eindeutig. Also lass uns doch mal ein bisschen. Ich meine Atmec. Ja die sind halt da. Ich sag mal so. In diesem 1250er Ars Bellica Format. Finde ich sie einfach zu schwach. Mit dem. Wenn du jetzt eine ausgemaxte Marine Liste. Da sind mir einfach die Möglichkeiten nicht so gegeben. In so einer 1250er Ars Liste. Dazu sagen. Ich halte gegen Marines. Das finde ich funktioniert einfach in dem Ars Format nicht. Meine Meinung dazu. Mag auch subjektiv sein. Aber die sind nicht schlecht. Aber auch halt nicht gut. Also ich glaube. Wenn du halt gegen Gegner spielst. Der spielen kann. Das war ja beim letzten Mal bei den Würfelgöttern. Wo wir mal Ars Bellica Turnier gespielt haben. Natürlich auch. Schöne Grüße an die Würfelgötter. Hast du ja zum Schluss auch gegen jemanden gespielt. Da weiß ich noch. Der hatte Custodes gespielt. Und der konnte auch richtig gut spielen. Ja. Und der hatte ich ja wirklich lang gemacht. Ja. Das Problem war natürlich da. Dass mir einfach so der Punch gefehlt hat. Da durch die Custodes durchzukommen. Ja. Natürlich hätte ich da das ein oder andere vielleicht noch anders machen können. Mit Wut des Mars oder so. Dass man mal ein paar Deadlies verteilt. Aber das kann funktionieren. Und heute haben wir gesehen. Das schafft es nicht mal einen Marine-Trupp auszulöschen. Mit den Deadlies. Weil da glaube ich drei Deadlies rumkamen. Ja. Also ich finde einfach 1750 ITC. Wieder eine völlig andere Sache. Da kann ich die drei Scorpios Dinger reinknallen. Die Dinger performen. Einfach übertrieben gut finde ich. Mit diesen Energiekanonen. Da kann ich noch andere Detections mit Dingen reinnehmen. Die den Atmec einfach fehlen. Da könnte ich Blood Angels dazu nehmen. Mit Smash Captains. Da könnte ich Marines dazu spielen. Da könnte ich Assassinen dazu nehmen. Da kann ich Neid dazu nehmen. Was auch immer. Das ist halt ein großer Unterschied. Also bei dem Atmec gibt es einfach wirklich starke einzelne Einheiten. Wirklich schöne Rosinen. Die man nehmen kann. Die einfach cool sind. Und bei den Ultramarines. Oder überhaupt bei den Space Marines. Du guckst diesen Kodex an. Und weißt. Ich habe ja eigentlich fast noch Primaris gespielt. Ja. Da ist jede Einheit gut. Das heißt. Egal welche Einheit ich mir auswähle. Ich weiß. Die ist einfach gut. Die ist einfach gut. Und das macht dann hinten raus bestimmt auch den Unterschied aus. Also davon noch. Dass vom Paul Level nochmal höher sind. Aber wenn du halt bestimmte Einheiten die geil sind. Nur einmal spielen kannst. Im Gegensatz zu 1750. Wo du die halt dreimal spielen kannst. Ja. Musst du halt auch gucken. Okay. Wie machen jetzt die Punkte voll. Ich weiß zum Beispiel nicht. Ob du deine Robots irgendwie jetzt bei 1750 unbedingt spielen würdest. Ich würde die generell. Ich habe die jetzt Just for Fun reingenommen. Mhm. Ich würde die bei 1250 nicht spielen. Bei 1750 schon eher. Aber auch nicht. Die sind einfach zu teuer. Das Einzige warum ich jetzt gesagt habe. Ich nehme sie mal mit. Just for Fun. Weil ich ein Stratagem habe. Wo die Destroyer und die Robots jeweils Plus 1 zu Hit bekommen. Und das ist halt ganz cool. Weil wenn der Daedalus mir ausgefallen wäre. Sehr früh. Dann hätte ich sagen können. Alles klar. Ich bringe da nochmal Plus 1 zu Hit drauf. Und. Da haben sie jetzt ja gar nichts gemacht. Die haben zum Beispiel noch nichts gesehen. Und dann. Ja genau. Aber. Plus 1 zu Hit. Dann hätte ich die Destroyer nochmal überhitzen lassen können. Wäre alles cool geworden. Und. Ja. Ich kann sie halt verankern. Dass sie doppelt schießen können. Und dann boot das Maß drauf. Mit. Mit den Deadlies auf die Sechsen. Beim Wundroll. Ganz cool. Aber für 220 Punkte. In einem 1250 Spiel. Einfach völlig unbrauchbar. Aber gut. Ich habe so lange nicht gespielt. Ich wollte es einfach mal wieder. Was ich auch krass fand. Ihr habt das. Ihr habt das ja nicht gesehen. Ihr habt nur das im Endeffekt. Das Ergebnis gesehen. Wo Robert. Sich positionieren wollte. Als er geschockt ist. Das war. Ein Krampf für ihn. Weil. Er muss halt irgendwie in 12 Zoll Reichweite. Für seine Pistolen kommen. Ja. Aber dadurch, dass ich als Marine Spieler. So überall meine Minis verteilen kann. Weil ich so viel habe. Was infiltrieren lassen kann. Mache ich ihm das Feld so klein. Und er hat dann im Endeffekt nur eine Position. Weil da muss er immer auf Ausbeckscan achten. Ganz genau. Und die Ressels stehen dann da. Und du weißt ganz genau. Wenn ich jetzt die Paul. Dann sind die weg. Die Sechsen treffen. Das ist vollkommen egal. Die sind weg. Das ist das halt. Weil da hat es richtig Angst bei den Marines. Irgendwo rein zu gehen. Also ich hätte. Wenn die diesen Ausbeckscan nicht gehabt hätten. Wäre ich natürlich in die Aggressoren gegangen. Aber dann kriegst du einen Ausbeckscan von 4 Aggressoren. 5 Aggressoren waren es. Da ins Gesicht. Und dann machst du nichts mehr. Dann musst du die auch erstmal umbauen. Also die haben 3 Lebenspunkte. 3 Errüstungslohn. 5er Widerstand. Und wenn die überleben. Dann hauen die halt richtig mit Kasala zurück. Genau. Ja. Mal eine Frage am Rande. Weißt du wie viel Power Level du hattest. Jetzt in dieser Armee. Augen nehmen. Paaren 70? Ich könnte es dir nicht sagen. Es waren 72 glaube ich. Ich könnte sagen. Ich habe die Liste geschickt. Das krasse ist Leute. Was mir schon immer aufgefallen ist. Bei den Atmec. Hat man unfassbar viel Power Level. Bei kleinen Listen. Also ich schätze mal. Dennis hat jetzt um die 80 gehabt. Oder sowas. Oder kannst du gucken? Ich gucke gerade um so. Wir haben uns gestern die Listen hin und her geschickt. Weil Robert 69. Pass auf. Das ist richtig witzig Leute. Jetzt hört zu. Hätten wir jetzt nach Power Level. Also nur mal so am Rande. Wie geil dieses Power Level ist. Du hast 69 Power Level. Hast du schon gesehen wie viel ich habe? Ja. Genau umgedreht. 96 Power Level. Jetzt stellt euch mal bitte vor. GW. Was macht ihr da eigentlich? Dennis hätte 96 Power Level auf dem Feld stehen gehabt. Mit Marines. Was stimmt denn da nicht? Ich habe ja eigentlich das Gefühl sie vernachlässigen so. Das war mal so zum Anfang für hier. Macht mal. Aber sie gleichen das ja teilweise auch anders. Ich habe schon manchmal gesehen. Ja die kriegt nochmal plus zwei Macht Level. Wo ich mir erstens denke. Wer spielt danach? Es spielt niemand danach. Vor allem das Problem ist ja auch. Du kannst. Die Ausrüstung. Alle Ausrüstung. Alle Waffen sind umsonst. Ja. Du knallst dir eine Einheit voll. Die kostet dann wirklich jetzt. Vergleich mal. Einen normalen Captain mit einem. Mit einem. Mit einem. Mit einem Smash Captain. Alter. Da hast du. Ich weiß gar nicht. 12. 19. 19 Punkte fürs Jumppack drauf. Der Energiehammer. Das Sturmschild. Das sind 50 Punkte. Das gibt es einfach mal im Top umsonst. Ja. Geil. Und das habe ich ja schon nicht mal gespielt so was. Ja. Und das hätte er einfach umsonst alles mit reinnehmen können. Bei so einem Scheiß. Also naja. Witz los. Aber. Nochmal zu den Marines. Ähm. Diese ganze Geschichte mit den. Mit den. Ähm. Mit diesen Chapter. Also. Diesen. Diesen. Wie hießen sie? Robot Rage. Genau. Wie heißen diese? Sub? Die. Na. Die. Nachfolgerorden. Nachfolgerorden. Das ist ja. Also diese Ultramarines. Du hast. Was ich unfassbar geil fand. Was mir am Anfang gar nicht. Was ich nicht auf dem Schirm hatte. War wirklich. Ich hatte. Wo ich diese Ultramarine Liste mal gebaut habe. Ich habe sie ja auch schon einmal gespielt. Just for fun. Aber. Ich muss natürlich immer aufpassen mit den Ultramarines. Und jetzt. So geil. Gerade bei diesen. diese ganzen neuen Primaren Sachen. Würfel. Würfel nehme ich drei Stück raus beim Trefferwurf. Auf die drei. Also. Ja. Und ich sag mal so. Selbst wenn er mal zehn rausnimmt. Das macht dir ja nicht. Nicht einmal vollkommen. Ja. Aber. Aber. Was hast du denn da jetzt gespielt. Also. Du hast ja. Das. Was ich auch cool fand. Also. Über diesen einen Reroll hinaus. raus. Dass du. Die gesamten Truppe. Bei den Trefferwürfen. Wiederholen konntest. Was war das? Das. Das. Das ist. Oder wie es heißt. Das ist ein Relikt. Ja. Das. Ist. Für die. Auch für die Nachfolgeorden. Zugänglich. Viele kennen es halt noch als. Old Grudges. Vom Astra Militarum. Aus der siebten Edition. Das heißt. Ich sage. Ich gebe das einem Charaktermodell. Und. Der hat sozusagen. Eine imaginäre 6 Zoll Bubble. Und. Der sagt. Zum Anfang des Spieles. Eine Einheit an. Die muss er nicht sehen. Der kann einfach eine Einheit an sagen. Ich muss mal nachholen. Ich glaube. Die muss sich nicht mal auf dem Schlachtfeld befinden. Und dann sagt er an. Gegen die. Die. Dürft ihr alle Treffer. Und Verwohnungsgut. Wiederholen. Wenn. Hier in 6. Verwohnungsgut. Und das. Ist dann halt. Gestört. Weil du einfach. Dem Gegner. Die beste Einheit. Und gerade bei Aspilica. Hast du. Hast du. Hast du. Irgendeine geile Einheit. Die gut ist. So. Und da kann ich einfach sagen. Die nehme ich dir raus. Und dann nimmst du. Egal was es ist. Das nimmst du. Und er ist nochmal weg. Wenn du hast nicht versteckt. Das. Dann hattest du ja noch. Auch die Möglichkeit mit den. Jumpy Dudes. Mit dem Plasma Typen. auch nochmal ein CP zu zünden. Wo du dann einzeln. Beim Trefferwurf. Wiederholen konntest. Genau. Das hatte ich auch sehr geil. Das hatten die. Hatten die schon. Im alten Codex. Sozusagen. Dass. Ich darf für ein CP. Eine Fähigkeit ziehen. Ich glaube Rudimands Erben. Oder Gesöhne. Oder so. Und dann kann ich einen Standardtrupp bestimmen. Oder einen anderen Trupp. Beim Standardtrupp darf ich alle Trefferwurf wiederholen. Und bei allen anderen Infanterietrupps. Das muss Infanterietrupp sein. Trefferwurf von eins. Das ist halt für gerade wenn man die mit dem Plasma spielt. Ich würde sie eigentlich auch nur auf Asbelika Niveau spielen. Weil da sind es halt gut so eine Wegwerfeinheit. Wie viele Punkte? 100? 177 kosten die. Aber ich habe es halt mal durch den durch den Rechner gejagt. Das sind. Im Schnitt. Nimm die dir halt auch unsere Pulse auch raus. Im Schnitt. Mit dem. Mit dem. Mit dem. Reicht das. Und das ist einfach das. Wo man. Wo man sagen kann. Yo. Das nehme ich. Gerade dann die 3 Zoll mehr Reichweite. Machen sich. Finde ich in manchen Situationen wirklich bemerkbar. Gerade beim Levi hat man es gemerkt. Heute. Ja. Ich meine. Der hat nur 24 Zoll. Standardmäßig. Also den musst du. Wir haben auch wieder falsch gewürfelt. Ne. Von wegen. Weil ich ja gesagt habe. Ich kriege minus 1 zu Hit. Weil ich laufe. Aber ich bin ja Ultramarine. Also. Nachfolgeordnen. Taktische Doktrin. Ich hätte die nicht gekriegt. Es wäre also noch schlimmer gewesen. Muss man eigentlich sagen. Weißt du was ich meine? Ja ja. Gut. Ich meine. Das hat jetzt bei dem. Der hat eh alles zerstört was er da gesehen hat. Das ist halt ein absolutes Biest. Eigentlich hätte es nichts geändert. Weil der hat alles. Ist ein geiles Modell. Ja. Ja. Und dann stellt ihr dir nochmal vor mit so einem Relic Contemptor. Mit Twinless Cannon noch dazu. Also zweimal Twin. Twin Twinless Cannon. Ja. Ich finde die Marines ziemlich geil. Meine Überlegung war ja vorher. Das habt ihr nicht mitgekriegt. Robert und ich hatten vorhin und drüber gesprochen. Ich hätte eigentlich ganz gerne einen Calgar mitgenommen. Weil ich den Calgar auf 1250 Punkte gar nicht so schlecht finde. Robert hat mich auch erst mal gefragt. Hey. Wieso Calgar? 200 Punkte für. Ich meine. Nahkampf ist ja gut. Das können wir uns alle vorstellen. Aber dafür ist er nicht da. Genau. Er ist halt dafür da. Wäre er für mich da gewesen, dass er mir im Endeffekt mehr CP bietet. Das macht nämlich viel CP Unterschied. Ich muss nicht die zwei ausgeben für den Chapter Master. Ich müsste mal sogar gucken, ob ich nicht dann sogar den und einen zusätzlichen Chapter Master machen kann. Das wäre auch nicht möglich. Wieso nicht? Ich weiß nicht, ob das irgendwie geregelt ist. Keine Ahnung. Weil es wäre ja vom Hintergrund. Bödsinnig. Und wenn er einmal einen Nahkampf kommt, dann ist er gut. Also gerade gegen Solisten wie Ravengard halte ich den gar nicht für so schlecht. Weil der doch schwer rauszunehmen ist als Charakter. Vor allem stell dir den doch mal bitte vor mit so einer Victrix-Garde noch dabei. Das sind immer Zweier-Drucks, glaube ich. Genau. Für ein 30-Punktes Modell. Machst du vielleicht noch einen 12-50-Eindruck? Du kannst ja die Wunden immer umlegen. Ja. Und dann kriegen die halt... Mord und Wuns kriegen die dann dafür. Ich habe es mal nachgeguckt. Weil die kriegen... Du kriegst den, selbst mit der Ravengard, ich habe es am Samstag mal getestet, kriegst du den schwer runter. Weil 8 Lebenspunkte hinter einem Krieger-Retter halbiert jeglichen Schaden. Das ist halt... Also ich würde es gerne noch mal so probieren, weil ich es einfach gar nicht für schlecht halte. Weiß aber natürlich, dass das Modell an sich mir wenig bringen wird. Jetzt gerade gegen dich wäre der heute halt rumgelaufen. Ja gut. Du hättest den Levi heute nicht dabei gehabt, der verdammt gut performt hat. Ja, das muss man echt sagen. Also das ist schon... Nicht umsonst habe ich dem gesorgt. Ja. Der ist schon geil. Aber jetzt stelle ich mir im Umkehrschluss auch ziemlich geil vor, bei so 2000 oder 1750 ITC, wenn man Gulli-Mann mit so zwei, drei Trucks-Dictrix-Garde genommen schickt. Habe ich auch schon mal Listen gesehen, die damit gespielt haben, weil der natürlich beide Augen vereint. Also alle Trefferwürfe und Einzelnen beim Verwunden. Und der ist halt im Nahkampf auch ein Biest. Und der ist nicht langsam, das muss man auch sagen. Also wenn der irgendwo nach vorne kommt und man muss ja sagen, es gibt genug Screening-Möglichkeiten für ihn. Gerade weil du mit Marines noch viele Möglichkeiten hast, das Board von Anfang an voll zu stellen. Also das siehst du ja überall, die Infiltrators, die Incursors, die Scouts, weil sie einfach billig sind, die die Battalions voll machen und du hast genug Zeug um zu screenen. Wir haben ja heute gesehen, wie zäh das ist, wenn Robert das auch nicht wegkriegt. Und so schlecht schießt es an mich nun auch nicht. Muss man auch sagen. Ne, ne, ne. Also Gulli-Mann, Ehre auch mal. Die Überlegung müssen wir mal testen. Die größeren Punktzahlen, die größeren Spielen mit Sicherheit mal so eine Option. Ist doch günstiger geworden, ne? 400 Punkte oder? 350. 350. Aber alle Verwunden. War aber auch drüber, ne? Also so finde ich ihn schon besser geregelt. So hat er vielleicht mal die Möglichkeit, dass alle misslungenen Trefferwürfe wiederholen, ne? Aber er darf dann halt die Modifikatoren, ne? Wenn du was hast, also… Ne, das haben sie ja auch. Das ist ja komplett raus. Aber Chapter Master darfst ja alle. Ja und er auch. Das haben sie umgewöhnt, dass du einfach nicht mehr alle Verwundungswürfe, das ist raus. Genau. Und ansonsten haben sie ja alles überall gemacht, dass alle Trefferwürfe sind. Alle, alle nicht geschaffen oder so. Darfst du jetzt auch alle beliebigen wiederholen? Da steht einfach nur, du darfst alle Trefferwürfe wiederholen. Weil das ist ja, beim Atmex spielt es zum Beispiel ja eine Rolle, wenn ich unbedingt Sechsenbein-Hitroll haben will. Dass das eine zusätzliche oder zwei zusätzliche Attacken oder Treffer generiert. Ja. Deswegen finde ich das halt auch sehr, sehr geil mit beliebigen Trefferwürfe, ne? Das ist ja das, wieso wir hatten es beim letzten Video in Dortmund, wo du es ja auch schon gesagt hast. Das macht halt so diese Elder-Listen mit minus zwei, minus drei To-Hit kaputt. A Lighthawk und dann hast du, klar, du hast A Lighthawk minus eins außerhalb von 12 Zoll, dann hast du bei Fliegern minus zwei To-Hit, dann kriegst du die ja auf minus drei teilweise durchs Zauber. Und die sagen einfach flüssig wiederholen. Oder auf Chapter Master. Ja. Das macht ja alles kaputt. Stigis hier bei Atmex zum Beispiel ist ja quasi das A Lighthawk für das Atmex. Ja, also ich, das ist für mich komplett raus. Also ich meine, meine Listen-Überlegungen gehen jetzt sowieso komplett weg von diesen, ich meine, Atmex, denen bleibe ich treu, klar. Aber man passt sich natürlich auch an. Jetzt irgendwie Stigis spiele ich jetzt auch nicht mehr. Halte ich jetzt auf diesem aktuellen Turniermeter für völlig unbrauchbar. Was bringt mir das jetzt, minus eins zu Hit zu haben, wenn ich einen Chapter Master auf der anderen Seite habe? Da muss ich eher gucken, dass ich die Chapter Master wegkriege. Oder dass ich ihn irgendwie dazu zwinge, aufgrund meiner Liste, diesen Psychologen, Faktor, den hatten wir vorhin auch, dass er einfach ein bisschen defensiver spielen muss. Weil mittlerweile ist es ja so, mit den Marines kannst du wirklich locker und munter nach vorne gehen. Weil durch diese einzelnen Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, mit dem Relikt, mit dem immer nochmal irgendeiner Infanterieeinheit in den Einser rerollen zu lassen, haben die Marines nämlich genau das bekommen, was wir vor einem halben Jahr immer bemängelt haben. Nämlich, dass die hinten in ihrer Bubble stehen, dass alles, was vorne ein bisschen screenen kann, ich sag mal Punkte holen kann, dass das irgendwann weggebrezelt wird und man steht in seiner Bubble hinten und ist einfach nicht mehr auf dem Feld präsent. Das haben die jetzt, das gibt es nicht mehr. Die Marines drücken dich ja hinten rein. Also gerade die drei Eliminator Scots, die zwingen dich, weil doch in der 8. Edition viel über Charaktere läuft, die zwingen dich so hinten rein und du hast sie. Und du hast das ganze Feld schon unter Kontrolle und dann kannst du nach vorne gehen. Das ist einfach wirklich übel. Besonders das Schlimme ist auch so mit Festknipsen mit Einheiten. Das sind zum Beispiel Gene-Zieler oder so ein klassisches Beispiel. Du willst dich festknipsen, geht ja auch nicht, weil die hauen ja auch zurück. Mittlerweile kriegen bloß eine Attacke, auch wenn sie gecharged werden. Also ich weiß noch, der Mark im Spiel gegen dich mit den Orks, der hat gesagt, das ist unfassbar, was da zurückkommt. Also ihr denkt, mit Orks hat er schon wieder Attacken und dann denkst du, hast die kaputt gemacht und dann kommen aus irgendwie fünf Dullis trotzdem nochmal irgendwie 21 oder 22 Attacken raus. Ja, also standardmäßig zwei Stück. Das sind zehn. Dann drei, fünf, zehn und der Chef verteilt vier Attacken. Also drei Attacken Standard und vier, fünf Attacken durchs Kettenschwert. Du bist bei 19 Attacken, ne? Ja, das ist schon sehr krass. Also ich finde wirklich, dass die Marines jetzt alles bekommen haben, was wir damals eigentlich vermisst haben. Die haben diese Möglichkeit immer nach vorne zu gehen. Die haben immer mal noch ein Reroll hier mit dem Stratagem. Dann hast du geile Sachen mit den Thunderfire Cannons und so ein Kram. Hast du ja noch mehr LOS. Ja, das habe ich jetzt schon ordentlich mal gespielt, was eigentlich sehr stark ist. Und on top hast du wirklich diese ganzen Einheiten eigentlich auch noch stärker bekommen. Aggression, Jumpy Dudes, Lebenspunkt dazu, wie du jetzt, ich dachte auch immer noch, die haben zwei. Dann diese ganzen Fähigkeiten, dass du einfach dieses Doppelschießen trotzdem machen darfst mit den Aggressionen, was die halt total macht. Das ist halt Ultrasper. Was hat der Druck gekostet? Der kostet 185 Punkte. Hier, vollkommen bescheuert. Die müssen sie halt auf jeden Fall teuer um. Habe ich zu Robert auch schon gesagt. Also da müssen sie aber dann, ich hoffe GW macht so, wenn sie dann, dann machen sie das über die Waffe. Dass die Bolterwaffe halt teurer wird, lass es fünf Punkte oder so pro Modell sein. Ja, das wäre also bei dem Fünferdruck über 25 Punkte mehr. 10 Punkte pro Modell quasi, ne? Auf der anderen Seite? Ja, zweimal Bolter haben die ja. Nee, also eigentlich, ich hatte schon gedacht, der eine noch so tief fünf Punkte. Weil du musst ja so sehen, das ist jetzt halt bei dem so stark. Das macht die so krass. Das ist ja in den anderen Chaptern nicht so. Das ist ja der Vorteil von Ultras, dass sie sich bewegen können und doppelschießen können. Also vom alleine raufgucken schon sagt man, okay, Aggressors sind mega krass bei denen. Bei einem anderen Orden ist das eine ganz andere Normale, da geht das klar. Aber trotzdem, für drei Lebenspunkte, Fünferwiderstand, was du da hochkommst. Aber gut, im Umkehrschluss, wie du es jetzt gesagt hast, ich meine Imperial Fists oder Salamanders oder was weiß ich, Imperial Fists, die haben ihre Stärke auch noch irgendwo anders. Im Prinzip brauchst du da auch wieder nichts anpassen eigentlich. Wenn du das jetzt mit den anderen Orden vergleichst. In dem Spiel hier ist es zu krass. Aber da musst du alles anpassen. Sie müssen ein bisschen an den Punkten drehen. Also Aggressors, die Jumpy Dudes, vielleicht die Suppressors sehe ich irgendwie noch. Ich habe es zweimal gespielt, sind beide Male vorher groß gestorben. Aber gerade die Eliminators sind eine Frechheit. Also für 72 Punkte, die drei Typen, die haben heute nichts gemacht. Haben bei mir auch nichts gemacht. Aber in anderen Spielen habe ich schon was damit gemacht. Du hast ja noch einen Chaplain. Ich meine, du hast ja auch noch einen Chaplain. Hast du ja auch zur Verfügung. Dann kriegen die ja auch irgendwie plus eins zu gut oder irgendwie sowas. Kann nicht. Ich kann da auf jeden Fall noch was machen. Aber die sind einfach wirklich viel zu billig. Also für das, was die an Bedrohungspotenzial bringen. Gerade gegen andere Armeen. Aber auch wieder der psychologische Wert. Heute habe ich es komplett völlig nicht beachtet. War mir scheißegal. Ich habe auch nicht so richtig das Jäger bei denen. Dein kleineres Akku, das wollte ich die ganze Zeit nicht aufschießen, weil ich den anders rausnehmen wollte. Und habe dann irgendwie immer woanders drauf gelatzt. Aber irgendwie hat er sich gezogen. Aber das war an mir geschuldet, an meiner Zierfrau. Ja gut, aber mein Gott. Ist schon geil. Ja Leute, also die Marines sind zurück. Es war eine Lehrstunde, was die heute so können. War auch cool, dass du da diese Nachfolge-Orden gespielt hast. Dass man mal so ein bisschen was zeigen konnte jetzt für euch auch. Dass ihr das auch mal live seht, wenn ihr die nicht spielt. Auch vielleicht, wenn ihr so reine Ultramarine-Spieler oder was weiß ich seid. Dass man da auch durchaus sagen kann, man nimmt so einen Nachfolge-Orden. Was eine supergeile Sache ist. Also hat mir jetzt auch wieder neue Tore geöffnet. So gedanklich. Ja. Vielen Dank, Dennis. War cool. Also hat echt Spaß gemacht. Hast du noch was? Willst du noch was loswerden? Haben wir noch was vergessen? Mama muss ich nicht grüßen, weil die guckt das nicht. Nein, auch nicht. Hat auch gerade einen Ruf. Hat die was. Hat Spaß gemacht. Also kleine Marine-Plauderstunde hinterher noch irgendwie. Muss ja auch mal sein. Also sonst natürlich immer schöne Grüße an Dominik von den Pass-Fainern. An alle. Benni von Target Priority. Wir haben euch noch zufälligerweise auf dem Weg hierher gehört im Auto. Stimmt. Und natürlich an die guten Jungs von AS Bellica, die uns das Spiel heute ermöglicht haben. An den Andreas und die ganze Crew. Auch hier gehen die Grüße raus. Ja. Wir sehen uns ja auch bald wieder, denke ich, auf dem Turnier. Auf eurem Christmas-Gebräsche da in Beetburg. Neue Regeln für nächstes Jahr werden getestet. AS Bellica-Regeln. Waren sie das dann mit dem Sichtblocker? Ja, 100 pro. Hat der Andi dir gesagt. Haben die ja heute auch so gespielt. Wir haben es gar nicht groß angesagt. Wir haben es einfach so gespielt, weil es stimmt so drin ist für uns durch ITC. Die erste Ebene Sichtblocker bei Ruin ist einfach wirklich. Das macht das Spiel, dieses 40k-Spiel. Also wenn sich irgendjemand darüber aufregt von wegen, man stellt sich hinten rein und man schießt dann einfach alles kaputt oder sonst irgendwas. Das ist passé, diese ganze Geschichte. Wenn man ein ordentliches Gelände spielt, hat man sowas von variables 40k-Spiel, weil man nicht einfach alles dahin stellen kann und das schießt dann munter um sich. Man hat Movement. Man hat viel mehr Nahkampf. Also es ist einfach, das ist wirklich ein Segen, diese Regel. Muss ich echt sagen. Obwohl ich viele Ballerbogen spiele. Geil. Und Tauf performen wir immer noch gut. Ja klar. Gut. Es gibt natürlich auch die eine oder andere, also jeder Hand hat es natürlich auch anders. Bei den einen Platten sind sie im Vorteil. Aber du musst dich bewegen und dafür musst du ein bisschen ein Köpfchen haben. Ja gut. Aber wie gesagt, es kommt ja auch darauf an, wie man die Platten stellt dann. Es ist auch von Turnier zu Turnier unterschiedlich. Das haben wir ja auch schon gesehen. Also weiß ich nicht. Das ist bei den Pathfinders anders als bei den Würfelgöttern. Was weiß ich. Bei uns ist es auch wieder anders. Also jeder hat also seine Sachen. Ansonsten Leute, noch dranbleiben. Also nicht jetzt an dem Video, aber wir haben nämlich noch was Schönes vor für euch. Was denn? Kündigen wir euch aber noch anders an. Ich weiß es ja selbst nicht. Natürlich weißt du das. Was ist denn der letzte Montag? Ach Zello. Ach Zello. Also wir haben noch ein paar schöne Geschenke vor euch in der Pipeline. Das wird schön. Das wird witzig. Und der nächste Battle Report. Ich hoffe, dass das jetzt auch zustande kommt. Aber es ist auf jeden Fall geplant, dass der gute Tim jetzt mal gegen den Dennis spielt. Ich filme das Ganze. Hast du auch ein bisschen mehr gebrannt. Ja, ach das wird doch mal schön. Weil dann dürfen die Ultramarines nämlich auch mal gegen irgendwas anderes wieder ran. Also wir bleiben jetzt auf jeden Fall mit den Jungs, mit den Marines ein bisschen am Ball. Und schauen mal ein bisschen, was die so können. Wird witzig. Fert gut. Ja, ansonsten gehen Grüße an unsere gesamte Community natürlich raus. Wir haben euch natürlich alle sehr doll lieb. Und freuen uns immer, dass wir zusammen spielen können. Ich muss ja gerade denken, was wir das letzte Mal gemacht haben. Und wenn ich noch Nils begrüße und in die Kamera sage, hallo Nils. Ach so. Ja, ja. Wir haben uns auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, gut. Der hat arbeitstationlich Gott sei Dank viel zu tun. Ja, das stimmt. Ist es halt. Als Lehrer muss man lehren. Ja. Nicht, dass ich das auch anstrebe. Ja, aber noch hast du ein bisschen Freiheit. Ja. Guti, Freunde. Dennis, danke nochmal. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss Nils. Ja. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video.